Willkommen zurück meine lieben Freunde hier bei lethalcompany und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen zu denen ihr euch dazu entscheiden solltet. Und wenn der Cester mal Platz macht vorm Rechner, dann könnt ihr mal eine eigene Mod von mir sehen. Wir spielen heute mit einer eigenen Mod von mir, die ich selbst entwickelt habe über die letzten Tage hinweg. Ich habe sehr viel Zeit investiert, locker 20 Stunden oder so und diese Mod ermöglicht uns folgendes schönes Menü zu öffnen. Das Perk System, weil die Mitarbeiter hier immer wieder scheitern, die Quote zu erreichen, werden wir jetzt quasi, hat die Company sich entschieden uns Anreize zu geben in Form von Perks, damit wir es einfacher haben, ein Great Asset for the Company zu werden und wir können Spieler Upgrades freischalten. Dazu gehört Sprintgeschwindigkeit, Sprunghöhe, Sprungausdauer, das heißt weniger Ausdauerverbrauch beim Springen, Sprintausdauer, weniger Ausdauerverbrauch beim Sprinten, Reinforced Legs ist die Reduzierung von Fallschaden, Protective Skin ist die Reduzierung von allen anderen Schadensarten, Weight Reducer ist das Gewicht, also Sachen, die man trägt, nicht mal so einen großen Einfluss haben. Carry Bugs ist die Vergrößerung des Inventars bis zu sieben Slots hoch. Man startet mit drei, man startet mit fünf Worte XP, mit dem man sich den vierten Slot wiederholen kann. Man kann sich dann aber umentscheiden und sagen, ich möchte vielleicht statt den vierten Inventarslot was anderes haben. Battery Pack erhöht die, also verringert die Batterieverbrauch. Strong Arms war, glaube ich, kritische Chance, dass man, wenn man Gegner trifft, dass man eine Chance bekommt, einen Crit-Treffer zu landen, das heißt mit einem Hit tot. Climbing Speed ist Klettergeschwindigkeit, dann gibt es noch bei einem Schiff. Scanner Distance ist der Rechtslichtscanner, wie weit der scannt, der kann dann später durch Wände hindurch, Loot und sowas scannen. Quota Discount, das muss ich gleich ganz kurz erklären. Landing Speed ist, wie schnell wir landen und abheben. Das ist sehr lustig, wenn man das auf Max hat, dann landen wir super schnell. Express Delivery ist, wie schnell die Lieferungen kommen aus dem Store. Wenn man das auf Max hat, dann ist man quasi noch im Landanflug, hört man schon. Loot Saver ist ein tolles Ding, das kann man aufleveln und die Prozentschance steigt. Also für jedes Item im Schiff wird gewürfelt, wenn alle sterben und man kann dann die Prozentschance erhöhen. Anfang ist es 0%, alles geht verloren. Dann kann man 10%, da wird bei jedem mal gewürfelt, quasi ein W10 wird dann gewürfelt und wenn du nur 1 Würfels, dann bleibt das Lootteil übrig. Und dann bei 2 dann halt alles, was 1 oder 2 ist und so weiter. Travel Discount ist, um günstiger zu Planeten mit Titan zu kommen und rennt und so. Und man kann natürlich die Specs resetten. Ist alles gesinkt zwischen Clients und Server. Ich hoffe, dass das alles funktioniert. Es kann sein, dass wir Probleme haben werden. Ich habe ein paar Debug-Befehle drin, mit denen wir das vielleicht irgendwie retten können, wenn irgendwelche Probleme auftauchen. Ich habe auch noch Folgendes drin. Extend, Deadline Extension. Auch ein Teil dieses Mods, den ich entwickelt habe. Wir können die Deadline für den Preis der Quota um einen Tag verlängern. Aber nur einmal pro Quota kann man einen Tag nochmal draufpacken. Und man muss genau den Preis zahlen, der hier steht, 130. Außer man hat das Quota-Discount-Upgrade. Das verringert den Preis. Genau. Und was haben wir noch genau? Diese Anzüge, die hier sind. Wir haben mehr Anzüge. Wir haben neue Anzüge. Habe ich Ihnen zugemoddet, die wir kaufen können. Und die bleiben. Wenn wir sterben, alle sterben, dann bleiben die Anzüge. Die bleiben für immer freigeschaltet. Wir haben das Inventory-Slot-Ding. Wir haben 1, 2, 3. Man kann jetzt die Inventory-Slots auswählen mit Tasten. Das habe ich auch reinprogrammiert. Mit F1 kann man tanzen. Mit F2 kann man zeigen. Und man kann mit F Taschen ein paar an- und ausmachen. Das habe ich auch in meine Mod integriert, weil ich die Mod, die wir vorher drin hatten, hat für mich gefühlt Bugs gehabt. Und das war nicht richtig gut. Und meine funktioniert jetzt besser. Deswegen habe ich es aber selber programmiert. Ich glaube, das war alles, was ich programmiert habe, oder? Zuerst fällt dir noch was ein? Das war jetzt der ganze Weg, wie du aufgezählt hast. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, wir sollten es einfach mal ausprobieren, oder? So, nach anfänglichen kurzen, kleinen Problemchen. Oh mein Gott, wenn du wüsstest, wie du gerade normaler aussiehst. Nach anfänglichen kleinen Problemchen sehen wir jetzt alle wieder ein bisschen normaler aus, weil Mob Company mit meiner Mod nicht kompatibel ist. Deswegen mussten wir das mal eben auswechseln. Und Cess sieht sehr, sehr happy aus. Ich glaube, der ist sehr froh, wir heute viel arbeiten für die Company. Wir müssen auch die Pro-Flashlights wieder kaufen. So. Du wolltest ja nicht lumpen lassen. Ja. Boah, ist das schön, dass man mit 1, 2, 3, 4 die Stuts auswählen kann. Oh. Luxus pur hier mal wieder beim Potato Pet. Ich habe einen Vogel gehört, Hilfe. Du hast einen Vogel. Hey. Hey. Wo geht er hin? Oh, Flashlights. For the Company. Wo sind unsere Flashlights? Komm jetzt gleich. Nach einmal 4 Minuten da sind so. Warum haben wir davon nicht gemaxst? Weil wir erst mal scheitern müssen zum Maxen. Tatsächlich halt. Ah, Slot 1. Nice. Hier ist eine Highload. Links ist leer. ich wollte gerade sagen ich kann nicht jetzt aufschlagen mein freund ich habe einen Eckbeater gefunden aber ich kann es lustigerweise was ist in der hand und kann nicht mehr das Inventar-Item wechseln doch nur solange die Taschenlampe an ist nicht ganz weird na gut das ist ein Bug den muss ich mir aufschreiben sonst vergesse ich den ich meine eigentlich ist es ganz cool wenn man die Taschenlampe an hat kannst du die Items ach doch jetzt kann ich sie doch wechseln aber nur einmal naja oh ich krieg auch die Einblendung für die Tür nicht mehr ich glaub die ist lockt die Tür ich habe Schlüssel und kannst sie nicht öffnen immer diese Bugs ne Potato Pad der schlechte Entwickler ich weiß ja nicht ob wir werden es auch ohne ohne Schlüssel schaffen nur das werden wir nicht ohne also warte mal das muss ich mal aufladen jetzt geht es wieder alles ist immer mit den Taschenlampe an ist okay das ist faszinierend da kann ich gleich mal gucken ob ich dann ob wir zwischendrin zwischen zwei Quotas ob ich das fixen kann ich glaube ich weiß woran es liegt aber wir machen erstmal die Quota hier fertig wenn ich jetzt normal an mache geht es aber ne ja da wird mir alles angezeigt das kann der Zest dann ja rein tragen oder lebt er nicht mehr wer weiß er schon so genau genau ich bin in steam war ich gerade nicht zu hören für das video habe gerade gehustet das tat weh wenn du mich hörst kommst du mal her fire exit die ganz viel großes zeug fire exit fire exit fire exit da liegt ganz viel großes zeug oder sack stream hat sich beschwert dass das spiel zu laut ist moment wenn man diese streams das spiel muss laut sein auch war Der nice Krota erreicht, ne? Na easy, dann können wir ins Urlaub machen. Ah ja, der ist mit dem Bug mit den Schlüsseln und so Sachen, du darfst die Taschenlaufe nicht anhaben. Ich kann nachher mal gucken, nach zwischen zwei Quotas, ob ich das schnell gefixt kriege in den Fehler. Das habe ich gehört, ne? Ja, so ist das halt. Das ist der erste Mod, den ich für das Spiel entwickelt habe. Ich meine, dafür habe ich mich großes Ziel gesetzt. Wir haben fast alles von den Planeten geholt, 276 von 305. Wir haben die Planeten quasi leer gemacht. Dafür wurde ich noch einmal angeknabbert. Angeknabbert von wem? Von dem Schleim. Unser Problem ist jetzt gerade, wir haben den gleichen Planeten wie gerade, der ist Foggy. Dann haben wir es schönst, der ist Stormy, Vow ist Stormy, Offens ist Flooded und March ist Foggy. Und March Foggy gar keine gute Kombo. Ja, lass gleich nochmal den, oder? Der ist Foggy nicht so schlimm. Okay, ja gut. Dann machen wir das. Deine Verantwortung. Los geht's. Guck mich mal an, ich kann genauso aussehen wie du. So, das kennen wir ganz kurz. 899 angeblich. Wie viele Items? 12. Nicht viel. Ah ja, aufladen. Taschenlampe. Ja. So, willkommen im Fog, wo man nichts sieht. Einfach gegen die Wand rennen. Bis man die Leiter findet. Da. Ich hab die Leiter gefunden. Ich kann einfach touching Firehacks. Ich kann einfach touching Firehacks. Ich geh durch das Firehacks und dann sowas. Die erste Tür und der einzige Weg, der hier rausführt. Closed. Aber jetzt geht's. Achso, ich glaub, das passiert immer, wenn man, wenn man das, wenn man das ausgerüstet hat. Wenn man das nicht ausgerüstet hat, zum F drückt, dann passiert das, glaube ich. Hi, was? Ich glaub, daran liegt das. Ha! Passiert. Dann geh ich durch den normalen Eingang rein. Oh mein Gott. Er hat einen Lutscher. Ja, ja. Ich bin ein Lutscher. Was? Hau ab! Ich will nicht in deinem Van. Ich will keinen echten Hasen sehen. Nein! Free Candy. Ach, rüber zu springen bringt einem gar nichts, oder? Nee. Doch, da schon. Das ist der einzige Weg, wo es was bringt, glaube ich. Ah, nee, da hinten ist ja keine Tür. Der ist ja gar nichts. Ja, der hat gar nichts. Aber hier kommen wir, glaube ich, auch von der anderen Seite hin, oder? Ja. Ja. Hier muss noch deutlich mehr sein. Wie süß? Man hat nicht den... Ich hab nicht das Ventil. Das Ventil gelöst. Ich hab noch einen Ventil gefunden. Wie ist hier ganz schön wenig, was wir finden. Ich hab eine Mine gehört. Ja. Aber wie ist hier? Ah, Schlüssel. Wow. Hm. Wer sind die bei der Jump 1? Naja, das Jump 1 habe ich gesehen. Das ist die Mine. Naja. Wo ist noch Jump 1 hin? Ähm. Oh, ich hab einen Schleim. Ähm. Ja, das eine Jump 1 ist versperrt. Oh, da ist der Schleim. Der Schleim kommt. Äh, ich weiß. Oh mein Gott. Putz, putz Schleim. Ich weiß, Mark Zounds. Komm her. Oh. Das ist nur Backrooms. Oh mein Gott. Ich komm hier nicht mehr weg. Oh mein Gott. Ich muss das Jump 1 machen. Warum? Weil der Schleim den Weg versperrt. Aber er kommt in meine Richtung. Jetzt bin ich von drüben. Okay. Oh mein Gott. Ich komm hier nicht hoch. Boah. Oh, hier liegen Sachen. Okay. Das ist Sarkassen. Ich muss einen Fire-Exit finden. Dafür müssen wir den Schlüssel behalten. Natürlich kann der Schleim hier rüber. Funker Spider. Ich bin am Arsch. Da ist nix. Ich muss jetzt hier rüber kommen. Boah, war das knapp. Oh, da hinten ist eine Spinne. Oh mein Gott. Seid draußen still. Ich glaube, es ist gefährlich. Ist nichts passiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist hier mommy Não zu술� trabalhieren. Okay, jetzt nix in der Nähe. Was ist das, was ich gerade gehört habe, als ich hier zurückgegangen bin? Keine Ahnung. Dein eigenes Atmen? Ich weiß es doch nicht. Dein Grinsen über beide Ohren. Guck mal, gehst du zurück hier, ey. Hat so schmatzige Geräusche erzeugt, wenn man so richtig übel grinst. Ich war wieder laziest hier. Diesmal waren wir nicht so gut. Aber war auch ein scheiß Spawn. So, kommen wir jetzt auf einen spannenderen Mond. Ja, Marsch. Da kann ja auch wieder Coilhead uns aus spawnen. Hehehehehehe. Ja, ja. 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 Da freust du dich doch, oder? Das ist mein Lieblingsgegner. Nice. Direkt nach... Mein Lieblingsgegner direkt nach dem kleinen Mädchen. Ja, das kleine Mädchen ist das Beste. Wie es auch voll auskostet, dass er schneller ist als ich. Seht ihr das? Du musst erst mal die Werte ändern, damit der nicht so schnell ist. Oh, Untot. Tschüss. Nein. Nein. Tschüss. Hahaha. Da hat ihm seine Schnelligkeit nichts gebracht. Ich geh nur kurz reingucken in die ersten Räume, ne? Weil alleine ist sehr gefährlich. Da oben sind schon... Na ne, das ist das bei dem Face-Saga. Aber ne. Ich glaube, er gibt mir eine Sache. Einfach mal eine Sache. Wer will ich gar nicht? Ah, wie Type-Engine? Lass mich nicht raus. Tschüss. 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 Einfach damit ich nicht so wertlos bin wie Cess. Der ja gerade zuhört. Hi Cess. Der so... Ich kann es mir auch vorstellen. Der Cess ist baden gegangen. 446 das ist schon okay fast vielfache quota da ist er letztes das lief ja nun gar nicht so gut ne wir brauchen schwimmperk schwimmperk so da machen wir besser erstmal kohle das heißt haben 130 xp verdient wenn wir dann sterben der schöne abkontentiert die klappe hat sich geöffnet okay your honest work is in kannst du das klicken ich habe aus dem taschen besser draufgelegt und kann nicht mehr wegnehmen wir haben ja geld meine neue kommt jetzt gleich da kommt sie neue lieferung von amazon war nur meine vorflashlight wir brauchen ja nichts anderes oder aktuell brauchen wir ja nichts also ich bräuchte theoretisch auch noch rein also du bist auch gestorben achso stimmt ja habe ich bestellt kommt gleich dann können wir den teleporter noch holen nice dann können wir die liken wiederholen einfach mich hier aussperren du hast kein great asset for the company du bist schwimmen gegangen in deiner arbeitszeit kannst du nicht einfach ins freibad gehen ah ok ja immer dieser urlaub wir hatten ja schon lange die quote so wenn wir die nächste quote vielleicht schaffen dann gucken wir wie viel xp wir dann kriegen würden oh was hat ein bonus 278 wenn wir die quote schaffen und dann verrecken dann 278 xp das store brauche ich nix und dann moons gehen wir nach offense oh das soll ich vielleicht noch fixen ja sieht interessant aus wenn man im terminal ist möchte man glaube ich nicht die taschenlampe an und aus machen w Rio du ja du 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 Lalalalalalalalalalalala Man sieht, er ist ein bisschen schneller als ich. Oh, hier wird Bier gebraut. Bier? Ja. Immer diese illegalen Bierbrauereien. Es ist gut, dass wir da sind, um sie zu erleichtern. Oh, diesen schrecklichen Bier. Da ist ein Turret. Noch 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 ein Turret vor dem Kopf schlagen. Noch ein Turret. 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 fulfilling 맛. Noch ein Turret. Die Bugs und so, dass wir die entdecken ist eigentlich ganz gut, weil das heißt ich kann die Bugs vielleicht noch bis morgen fixen. Dann haben wir den Vorteil, dass wir morgen dann zu viert spielen und dann ohne Bugs, wenn alles gut geht. Zumindest die gröbsten Schnitzer sind dann weg. Ich meine alleine testen ist immer ein bisschen schwierig. Ich kann nicht zwei Leute auf einmal spielen. Ich glaube der Scanner ist verbuggt. Ich habe ihn irgendwie so gemacht, dass der immer durch die Wand geht. Sollte er eigentlich erst später machen. Die Taufel, äh nicht die Taufel, die das Stop-Shield mitnehmen sollen zur Selbstverteidigung. Eine große Sache liegt da noch, ja. Okay. Hey, wir haben schon Quote erreicht bald. Krass. Ich bin gerade, weil ich das nächstes nachher leveln werde, wenn wir dann verreckt sind. Ich glaube, ich gehe auch auf Sprint, aber ich bin mir auch nicht sicher. Sprint ist schon sehr mächtig. Wird auch sehr schnell teuer übrigens Sprint. Climbing Speed aber auch ganz geil. Die Bugs von meiner Mod steht doch im Titel. Das ist eine eigene Mod-Spieler. Da musst du den Titel oben lesen. Da unten lesen. Alarm, 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 Alarm. Ein Einbrecher. Ja. Ja. Ich durfte meinen ersten Gegner heute töten. Aha. Was hast du getötet? Die Spinne. Ah, das war das Geräusch. Ich bin einfach, ich habe mich einfach direkt verpisst. Ich habe mich direkt auf so ein Gelände gestellt und gewartet, bis sie zu mir kommt. Und nochmal für die ganzen Leute, die jetzt dazugekommen sind, wir haben eine eigene Mod, ich habe eine eigene Mod entwickelt. Wir haben ein Perks-System hier. Perks. Wir können jetzt Perks leveln. Aber das kann man natürlich erst, wenn wir einmal die Quote verkackt haben. Und es sieht gerade nicht so aus, als werden wir sie verkacken. Sieht eher so aus, als werden wir sie schon fast haben. Außer wir sterben am letzten Tag. Das stimmt. Je nach S. Es beginnt zu S. Also S für uns. Ich wollte mich gerade fragen, wo der hingeht. Natürlich kenne ich Wisteln. Wer kennt den Wisteln nicht? Du hast ihn verloren. Haha. Ja, um wen geht es denn gerade nicht? Ja, alles gut. Sicher? Ja, ich lebe doch. Noch? Oh, hat er. Ok, dann Starlang der richtige Eingang nehme ich an. Ja. Rechts müsste gleich noch das Turret sein irgendwo. Oh, da ist ein Turret. Ja. Blocked. Ok, tschüss. Ich habe Schlüssel. Hat sich gelohnt. Ist da noch mehr? Äh, aber an auf jeden Fall noch Wege. Natürlich. Oh. Oh, da war ein Turret. Ich habe eine einzige Soda gefunden. Hier rechts ist der Fall Exit. Wo rechts? Hier wo ich gerade bin. Guck mal, hier runter ist der Fall Exit. Aber vor allem im Eingang liegen noch Sachen, ne? Ja. Ja, hier auch. Am besten einfach runter droppen lassen. Ein bisschen da hochgeklettert über die Leiter. Junk Run, ja. Ja. Ja, natürlichs Evening. Wir sind gerade eben sogar einer Spinne begegnet. Ich war noch nicht dabei. Oh, da ist das Schiff. Ja, freut mich für dich. Socken ist auch ein typisches Wichtelgeschenk. Ich glaube, man kann sogar hier oben lang gehen für den normalen Weg, ne? Heilböse, Heilpanda. Boah. Ich kann sich glücklich schätzen, dass heute Lady nicht da ist. Was? Was? Ich kann jetzt nichts anklicken. Was ist eigentlich mehr wert? Na das. Ich glaube, wir werden entscheiden müssen, was wir mitnehmen. Und danke fürs Folgen, Panda. Kannst du dir mal ganz kurz erklären, was das ist, was du mir hergeschickt hast? Was ist nicht alles? Kanst du Leuten просто Taken propeller an mich. Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist gefährlich. Es ist gefährlich. Oh, let's go. Dieser doofe Hund, ey. Einmal von 655, wir können auf Titan nachher. Ja, das wird bestimmt gut ausgehen. Zu zweit auf Titan. Ja, wie denn sonst? Allein? Ey, wir haben fast einen Planeten leer gemacht. Oh, der Mond. Ah, wir können wieder nach March gehen. Ich hab gehört, March ist sein Lieblingsplanet. Willst du wieder baden gehen? Ich kann ein bisschen aufpassen. Ich hab übrigens einen Bug gefunden. Der da wäre? Wenn du einen Laserpointer hast, dann machst du den Laserpointer anstatt die Flashlight. Das ist ein Feature. Wenn du die Flashlight anmachst und dann... Und dann F drückst, dann geht die Flashlight aus. Ja. Wenn du die anmachst und den Slot wechselst, aber ein Laserpointer bei hast, geht es dir auch aus. Der Laserpointer wieder. Gut, merken Laserpointer. Du musst die Sachen aber aufschreiben irgendwie, damit ich mir die Sachen merken kann. Haha. Chat, ihr achtet doch drauf, ne? Die Bugs. Die habt ihr alle aufgeschrieben, ne? Wenn sie rauskommt, ja. Oh nein. Haha. Gut, gut. Komm mal nicht zu nah. Ich hab... Wenn du hufst, dann hab ich ein Schild, das hier stopft drauf. Und nicht zu sagen, dass du aufhören sollst damit. Oh. Oh. Ich muss hier raus. Fire Exit. Bitte kein Treibsand. Wir haben eine Goldbar. Wir haben eine Goldbar. Doch. Ich hab die Mod entwickelt. Ich entscheide, ob die rauskommt. Vielleicht bleibt die auch nur exklusiv für mich und meinen Stream hier. 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 Ich kann nicht das machen. Ich hab die doch selbst programmiert. Das ist doch mein eigener Code. Hä? Hier. Hier. Hör. Hier. 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 Komm. nur darauf gewartet, dass ich runterfalle. Nein, ich kann kein Schweizerdeutsch. Oh, wir haben fast 1000. Guck mal, was ich hier habe. Wir haben einfach einen fucking Goldbarren. Der ist fast 180 wert? Ja, 1017 haben wir jetzt. Das darf man verkaufen gehen. Wir haben vierfach die Futter. Hattest du auch so einem Lagerraum eine V-Type-Engine rausgeholt? Ja. Okay, weil bei mir lag die da noch rum und das hat komplett rumgepackt, wenn ich versucht habe aufzuheben. Okay, komisch. Das war der Lagerraum, wo ich eine Goldbarke hatte. Muss man alles aufschreiben. Wobei ich nichts mit den aufheben verändert habe, das ist die Metallgröße. Ja, ich habe das Zweifel, die sinkt. Company. Schade um den Goldbarren. Stimmt, wenn ich die reinpacke, kann ich nicht aus Versehen meine Taschenlampe verkaufen. Ja. Die werden reich. Oh ja. Oh ja. Ist offen? Ich wollte doch schon mal, dass das weg ist. Da liegt so viel. Das sind wahre Professionals. Ja, ne? Great Assets. 20 Stunden. Da ist die Taschenlampe aber noch an. Geht auf Company Rechnung ist in Ordnung. Alter Schwede, 1011. Wir haben 1084 Geld. Jetzt können wir sogar bei der nächsten Quote die Quote verlängern, theoretisch. So lange wir das Geld über haben am Ende. Dann brauchen wir irgendwas. Einfach ein paar Goldbarren finden. Ja. Aber wir brauchen jetzt nichts, irgendwie kaufmäßig, ne? Nö, nicht direkt. Schaufeln sind nicht so dringend notwendig. Vor allem nicht auf Titan. Auf Titan gibt es ja eh fast nichts, was man töten kann. Aber da könnten Flashbangs nützlich sein. Die Riesen. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht ist Titan auch gar nicht... Ist gerade eklipst, aber das wird jetzt noch verändert. 4 und 8, wenn wir die Runde schaffen. 400. Titan ist Froggy aber das ist ja egal, ne? Auf nach Titan. Ja. Froggy ist bei Titan komplett egal. Solange wir nicht sterben, können wir die Quote um einen Tag verlängern. Aber wir sterben ja, wenn wir sie verlängern wollen. So. Wir können sie auch jetzt verlängern. Weil du meinst, dass wir einen Tag länger brauchen. Du meinst, dass wir einen Tag länger brauchen, können wir auch jetzt schon verlängern, ne? Nö, nicht, wenn wir nach Titan gehen. Okay. Kann man scannen. 4.030 Objekte. Oh mein Gott. Okay, vielleicht ist Froggy doch ein Problem. Wenn man hier länger nicht mehr war. Erstmal zum Schiff zurück. So. So. Äh. 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 Hä, so weit war das nicht weg. Ne. Hier, hier, ich hab's. Ah. Da schon mal Probleme reinzufinden, das ist schon mal sehr gut, fängt schon mal gut an. Wir sind Profis. Foggy Titan ist ja gar kein Problem. Ich meine, hier oben ist es nicht mehr Foggy. Ich meine, hier oben ist es schon. Geh zum Startplatsche. Das ist ein komischer Titan spawn. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 14. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 18. 18. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 20. 21. 20. 22. 20. 21. 22. 22. 22. 22. 22. Oh Gott. 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 Quota wenigstens. Also es ist 109. Okay, da haben wir sie. Wollen wir kurz gucken, ob ein Gegner hier ist. Diese Fußstopfer sind keine Gegner. Das ist auch ein Bug oder so im Spiel oder das macht er absichtlich damit, dass man Angst hat. Das ist alles Lüge. Alles Fake. Jetzt werden wir gleich geradet. So, wenn wir bei der nächsten Quota sterben kriegen, dann 408 XP. Ist doch schon mal was. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Er will nicht. Jetzt. Er hat gerade so Quota geschafft hier. Nach den Tagen können wir damit nicht mehr glaube ich. Ah doch. Warum haben wir denn so viel Geld noch? Weil wir nix ausgegeben haben. Ist das ein Fehler? Wir hatten noch 500 als wir vorhin zu Titanen geflogen sind. Also hatten wir noch übrig 500. Achso, weil wir es gerade bekommen haben, das Geld. Ja klar. Das ergibt Sinn. Ja, haben wir noch genug für Titanen gerade so. Das ist dünn. Wir haben die Quota erreicht. Ey. Quota reached. FW 23. Jetzt gibt es die Waffel für FW XP. Hast genug für den Betarslot. Erst wenn wir die abschließen. Erst dann. Ja. Die letzte abgeschlossene zählt. Titanen kostete 750, ne? Ne 700. Das heißt, wir könnten noch im Store eine. Die wichtigsten, die wichtigsten. Eine können wir nicht kaufen. Und die Boombox kaufen. Geht nicht. Haben kein Geld für die Boombox. Müssten auf ein Angebot warten. Ihr seht da oben immer versteckt hier. Ja. Hier fühle ich mich sicher. Sicher. Vor mir. Ha. Aber im Großen und Ganzen scheint es ja zu funktionieren, die Mod. Ja. Es ist ein bisschen, hat ein paar Fräderchen, kleine Sachen und so, aber nichts weltbewegendes. Bisher. Mal schauen, ob wir nachher die richtige XP anzahl bekommen. Ich habe das nur einmal getestet mit einer Quota, nicht mit 2 oder 3. Grund, vielen. Verlässrig, sagge. Entschuldigung. 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 Entschuldigung? Habt ihr Roboter verschwinden lassen? Wie verschwinden lassen? Ich hab ihn gedroppt, damit er aufhört zu... 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 innen gemacht zu haben und er ist weg. Er hat durch den Boden gefallen oder so. Keine Ahnung. Zuerst macht alles kaputt. Hat er mich grad erschrocken? Okay. 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 Oh, das ist ein Coalhead, das liegt. Wenn es so lag, das ist immer das Path-Finding von Coalhead. Oh, nee. Coalhead? Brecken. Was? Also Flower Man. Okay. Warum schleichst du denn hier draußen? Weil ich Angst habe. Ich weiß ja nie, wer hier zuhört draußen. Keiner, offensichtlich. Die Frage, wollen wir jetzt schon gehen oder wollen wir nochmal rein? Also ich habe nichts mehr gesehen. Er hat nichts mehr gesehen. Moment, ich frage mal den klugen Computer. Außer wir wollen den Schlüssel mitnehmen. 23 Objekte mit einem Wert von 3100. Ich habe nichts gesehen. Ja, aber beim Fire Exit hast du halt sofort eine verschlossene Tür und eine Sackgasse. Ja, wir haben Schlüssel. Da sind Schlüssel drin. Nein. Doch. Wo sind unsere Schlüssel hin? Hast du die verkauft? Oh mein Gott. Für 5. Wir hätten doch Schlüssel. Ihr habt sie nicht verkauft. Glaub ich. Wie glaubst du? Nein. 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 Wir können doch nirgendswohin. Guck doch mal selbst. Die Situation gerade. Oh. Und wir können doch so anders hin. Alles ist mit Wettereffekten. Und Rainy wird so flooded nach der Zeit. Können wir nichts nach Rent? Ne. Kostet Geld. Ah, das kostet nochmal. Okay. Verdammt. Ja. Dann müssen wir mal Asurons, denke ich mal. Dann müssen wir einfach mal kurz Sachen holen und wieder raus. Nö. Wir landen und heben wieder ab. Halt die Fresse. Pssst. 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 Leise sein. Guck. Hier oben bin ich hier auf Titan bleiben will. Das lasse ich mir nicht nehmen. Wir sind ja wirklich direkt von Anfang an da, ich dachte, sie spawnen erst. Ne, ne, die sind sofort da. Als wäre es mitten in der Nacht. Alles ist da. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ist weg? Ist es Stormy. Zu zweit ist das echt ein bisschen anstrengend, weil man kann einfach random durch den Blitz sterben. Ah, schön. Und wir haben bei weitem nicht genug für die Quote. Oh mein Gott, 200 auf dem anderen Munster bekommen. Let's go to March. Das war echt. Die 700 haben sich echt gelohnt. Mit Titan. Boah. Ich habe noch nie so eine gute Investition getätigt. Jetzt investiert er meine NFTs. Ich habe ein NFT von Titan. Hast du schon ein NFT von mir gekauft? Nein. Ich brauche es nicht. Dann wird es mal höchste Zeit. Ich brauche es nicht. Auf sexykartoffel.de gibt es die geilsten sexykartoffel NFTs, die die Welt je gesehen hat. Ich wäre jetzt interessiert, ob es die Seite gibt. Bestimmt. Da geht es zu meinen Ohne-Fans. Ich habe. Ich habe noch die Schmerzen mit dem combined mit der Antike. Ich habe noch die rausgesucht. Ich habe noch keine Öffnung. Ich habe noch mehr olsagern. Ich habe noch mit dem Blitz. Ich habe noch selber den Z?". Und ich habe noch ein Glitz. Ich habe jetzt schon mal. Noch mehr Töts? Ich glaube, ich habe einen Sales Hacker gehört. Oh nein. Oh, Fire Exit. Noch eine Fire Exit. Ich glaube, ich habe einen Hacker. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja gut, es hieß jetzt, einen Fehler kriege ich dieses Ding da unten drunter oder wir schaffen die Quote nicht. Ja, darum bin ich halt auch gestorben. Weil ich versucht habe, die Bienen noch mitzunehmen. Ich glaube, wenn ich das nicht versucht hätte, die sind ins Schiff geschürft. Die alten Loser. Ja gut, aber du hättest ein Schiff geschafft, aber da sind wir gelandet und haben nicht genug Geld. Also das ist halt das Problem gewesen. Ich fliege jetzt nur zur Company, damit wir ein bisschen was verkaufen können. Ah, wir können ja nichts verkaufen, stimmt. Wir haben ja nichts mehr übrig, stimmt. Weil sonst, ich wollte nur eine Boombox kaufen, dann landen wir und heben ab. Ich will die Company nicht nochmal sehen. Da, den könnt ihr neben Company, den hier. Die Company will, glaube ich, uns sehen. Machst du ein bisschen romantisch für uns. Euer Bienen. Ah, bringt jetzt nichts mehr. Nichts zu spät. Wir haben verkackt. Wenn wir ganz viele Bienen finden. Nein. Wir können nicht mehr landen bei denen jetzt. Sobald wir abheben, sterben wir jetzt. Wir können nicht mehr zum Company building. Aber hey, wir müssten 400 XP oder so kriegen gleich. Bin mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Lüge, 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 Propaganda, Propaganda. Willkommen zu unserer disziplinären Passage. BRD GmbH, alles eine Lüge. Alles eine große Verschwörung. Hallo. Hallo. Ich habe 48 XP auf jeden Fall. Was machen wir für das Schiff? Loot Saver? Könnte hilfreich sein. Und dann haben wir 20% Chance auf jedes Item. Und ich level mich. Boah. Boah. Great, great asset. Boah. Gibt es davon noch eine Extended Version? So. Kannst leveln. Ich hoffe, du hast die XP jetzt auch. Ja. Nice. Ganz funktioniert. Nice. Und so funktioniert das Perk-System. Ich überlege mal, ob ich die Profi-Quote zusammenrechnen sollte. Die man erreicht hat. Aber dann kannst du auch wieder nur die erste Quote die ganze Zeit sagen. Ja. Hm. Stimmt. Die erste Quote immer nur zusammen ist am sinnvollsten. Dann levelst du am schnellsten. Wir werden nur noch in der 3-Signal abbrechen. Vielleicht sollte ich die Sachen zusammenrechnen. Ich habe mich jetzt schon so ein bisschen gefühlt, als hätte ich noch nicht so wirklich was bekommen. Ich habe jetzt einmal Sprint-Speed, einmal Sprint-Ausdauer, Reinforced-Lags, Weight-Reducer und Climbing-Speed einmal gelevelt. Ich habe Respekt, habe mein Freund eine Venture-Slot wieder zurückgeholt. War doch nicht so gut mit 3. 2x Sprint-Speed und einmal Ausdauer. Hm. Ah. Moons. Ah. Offense. Und 2 pro Flashlight. Na klar. Ich habe ja keine Zeit zu verlieren. Great, great exit. Hm. Ob man vom Schiff losspringen kann direkt auf die Rohre fallen. Bestimmt. Speedrun. Aber dieses Speedrun-Stats. Ich weiß nicht, wo das Schiff ankommt. Ich auch nicht. Wahrscheinlich hier hinten irgendwo. Ja, ich sehe mir auch an. Great, great acid. Da kommt es. Let's go. Ah, und den Sprint-Speed merkt man aber schon ein bisschen. Ich kann versprechen, wenn ihr Sprint-Speed auf Max habt, ihr merkt das übel. Das ist einfach der Körbis. Hat mein Climbing-Speed da gar nichts gebracht. Das ist einfach der Körbis. Das ist einfach der Körbis. Das ist einfach der Körbis. Aber das ist einfach der Körbis. Ich kann das mit dem Knitter-Stats. Joa, willst du Schatten ran machen? Ja? Willst du Schatten ran machen? Nee. Was war was? Die Lampe. Wann ruft er kaputt? Geht nicht deiner! Dreh jetzt nicht weiter meine Richtung zurück. Oh mein Gott! Ich werde sterben! Oh. Ich kann nicht rückwärts darüber springen, oder? Doch, kann man aber. Die Taschenlampe. Vielleicht ist es egal, wir haben eh kein Geld. Nein. Wann hat mir noch irgendwo was gefährlich ist? Komm rein, das ist die falsche Richtung. Okay. Heim alive, irgendwie. Puh. Weil ich das so überlebt habe, das ist ein Wunder. Das muss ich aber erstmal alle Sachen hier wieder rüberbringen. Der rastet ja komplett aus. Was der so alles macht, wenn der hier drin ist alleine. Jetzt haben wir freie Arme. Jetzt sollte er bloß nicht wieder reingehen, ne? Das sind sogar zwei Coal Heads mittlerweile. Ich hoffe, der geht da nicht wieder rein. Ja, klein. Grazi T oder Grazi T, selbst entwickelter Perks Mod. Mit der man sich ein bisschen upgraden kann. Zwischen den Runden. Ich bin jetzt auch da. Oh oh. Wir haben alles am Weg. Ihr Drecksviech, verpiss dich. Geh weg von mir. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Hast du verstanden? Da ist aber nicht so, ob ich ihn aufs Spiel rüber geben kann. Braucht mich zu folgen. Da 20, 30 Stunden habe ich schon drin gesessen. War schon bisschen Arbeit. So sieht der nicht. Hauptsache spawnt einfach ein Hund und haut dich weg, weil du die ganze Zeit Geräusche machst. Es wird langsam dunkel. Ich weiß nicht, ob ich alles mitnehmen sollte. War schon ein bisschen Arbeit. Je nachdem, ich meine das Spiel ist mega beliebt. Das wird immer noch richtig viel gespielt. Ich überlege halt, ob ich noch meine Terminal Sachen, die ich geprogrammiert habe, ob ich die nochmal ein bisschen umarbeite. Dass ich die zu einer API mache für andere Entwickler. Weil ich finde dieses Cursor-Monu, was ich bei den Perks habe, ist mega geil. So. Wir haben kein Geld, oder? Wir haben 20. Okay. 325 Geld haben wir. Das ist über Thunderstore habe ich den Mod gemacht. Hallo, du verrückter Mongo. Damit du, dass man die auch mal siehst. Das ist das Mini meiner Mod. Ah. Du wartest ab jetzt so durch Sprungfeder an deinem Kopf. Mhm. Ich wurde gecoilt, nennt man das. Ich hoffe, du hast nichts Unanständiges mit mir angestellt. Okay. Wenn ich mal kurz bewusstlos war. An meiner Feder rumgespielt oder so. Ich kann mir eine normale Flashlight immer noch kaufen. Und du hast meine nicht mitgenommen, ne? Auch doch. Oh. Mist. Geist bei dir hier im Schrank. Ja gut. Dann kommt da vielleicht Schluss, Flächlight an, die wir nicht brauchen. Ja, gut. Ich hab extra alles mitgenommen. Ja, wusste ich nicht. Da war, da waren irgendwie 2 Call Heads nachher drin, ne? Da waren 2 Stück dann drin. Der ein ist immer noch ausgerastet aus dem Rauch extrem. Echt? Ja, das war, hätte ich ein bisschen despectatet. Ach ja. Ich glaube ignorieren. Voll der Banger-Track. Klingt fast wie ein Dubstep-Remix, wenn man hier drin ist. Es ist ein Bustdop. Geh, 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 geh hallo aber sehr lernen ganz viele kies habe ich gefunden hat in diesen in diesen labyrinth sind ganz viele kies überall ja dann feier exe vielleicht noch mal gucken da-da-da-da-da-da-da-da-da-da warum geht die taschen ab hier drin nicht mehr das ist auf jeden fall noch auf jeden fall einige bugs drin wie man sieht irgendwas funktioniert hier nicht ganz richtig aber das ist schon okay bugs sind dafür da gefunden zu werden und können gefixt zu werden ich musste sehr viel im spiel rumprogrammieren was okay wer hat das nicht geklaut ich war das nicht das war coil hat es war definitiv coil hat ein riesen ist er den riesen auf jeden fall war 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 Ich bin ein Riese. Ich habe riesigen Hunger. Ich glaube, in dem Gebäude gab es nur Schlüssel. 11 Objekte noch, die angeblich 1100 wert sind. Von den 11 Objekten sind da mindestens 10 Schlüssel, wie wir wissen. Da muss aber eine echt wertvolle Seite bei sein. Ja, die Werte sind Überschätzungen im Scanner. Die sind immer nur geschätzt. Da hast du einen random Wert drauf addiert, vermutlich. Hier siehst du einen echten Wert, wie viel wir haben. Von wie viel. 507 waren es wirklich. Und davon haben wir die Hälfte scheinbar. One day left. Mir gab es ja doch zwei große Items der Restbahnschlüssel. Hm. So much. Wieder nach runter. Das gehört Bienennester geben gut Geld. Ja, kommt immer drauf an. Ist immer random. Aber auch sehr gefährlich. Aber mit einem einzigen Sprintstar mit der Upgrade kann ich schon fast bis zum Eingang sprinten. Ist schon gar nicht schlecht. Ich dachte, 10% würden sich nicht viele anfühlen. Aber ist schon. Ist schon okay. Potato hat es wieder gefunden. Aber hier ist eh kein Licht dran. Das war ich nicht. Jetzt habt ihr eh kein Licht an. Ja, bestimmt. Ist mir aber egal. Ich lasse ihn jetzt da drinnen. Ich habe erstmal schön den ganzen Gegner angelockt und dann gehe ich wieder raus und bringe die Sachen zum Schiff. Ich bin doch ein richtiger Teamplayer, oder? Potato Pet, der Teamplayer. Ey, wir haben schon 742. Wir können nach dem ersten Quotashow auf Titan gehen. Was ist denn da los? Liegt noch was vor der Tür übrigens. Als ob. Lügner. Lügner. Der will mich nur umbringen. Umbringen. Ich kann es ja auch selber freuen. Ich dachte schon, dass du eine Knarre gezogen hast, die du letztens dabei hattest. Habe ich auch immer noch dabei, glaube ich. Ne, ne. Wir haben Moor Company noch deinstalliert. Ach. Voll klar. Ja, Moor Company hat ja nur Konflikt mit meinem Mod. Das ist auch noch nicht gut. Das muss ich auch noch mal gucken, ob ich das irgendwie behoben kriege. Mal. Weil es muss morgen noch arbeiten. Das wird da so ein bisschen knapp dann, wenn wir heute noch zacken. Da war wieder Gehen. 800 einfach schon... Na gut, wir können natürlich auch... Wir können bunkern, ne? Wir können nur 130 verkaufen quasi und den Rest einfach bunkern, aber... Na ja, wir können auch alles verlieren. Ja, das ist wahr. Mach den scheiß Speaker aus. So. Der nervt mich. Hast du die Company? Wenn wir nach Titan wollen, müssen wir auch einen verkaufen. Ha? Wenn wir nach Titan wollen, müssen wir auch verkaufen. Ja, ja, wenn wir nach Titan wollen würden. Hat die Frage, ne? Soll ich dich töten? Nein. Traust du dich das vor dem Ding zu machen mit der Tröte? Das ist ein verrückter Mongoster. Ist aufgegangen? Ja, das war dein Entrüte. Denkst du, Thomas ist da draußen? Los! Das ist aufgegangen. Ich bin aufgegangen. Hey, du Spinner, du! Ja, ich rede mit dir! Du hässliches Ding, du! Warum hast du auch gedrückt? Na gut, wir haben das Problem, wir können natürlich auf Titan. Das Problem ist aber, dass wir keinen Teleporter kaufen können. Wir können nur Titan, nicht Teleporter. Ja, einfach nicht sterben, oder? Ja, wenn du das sagst, dann machen wir das so. Einfach nicht sterben. Ich glaube aber, ich passe die XP-Kosten nochmal ein bisschen an von den einzelnen Dingern. Ich mache die ersten Level noch ein bisschen billiger. Oder das wird ein Profi-Quota mit den XP, mache ich ein bisschen anders. Mal gucken. Wichtig. Egal, mach was. Titan ist Foggy. Fog, Fog, Foggity Fog. Fuggetyfug Fug Fuggetyfug Ich seh nix Sind wir schon gelandet? Oh shit Ich muss wieder zum Schiff Warum sind hier Steine? Taps Hier Relu Relu Guck mal dieser fortgeschrittene Nebel hier Wir haben mit einem Sprint schon fast nach ganz oben kommt Nur mit 10% mehr Sprint Ich glaub da ist auch was verkehrt bei mir Haha Fuggetyfug Schiff Wie direkt zum Fire Exit geht. Ja, ich bin voll. Oha. Was war das? Oh mein Gott. Das war ein Schrei am Telefon. Ich glaube wir müssen gehen. Ich glaube ich bin besessen. Oh, okay. Mein Licht hat glaube ich geflackert. Da nicht so früh. Oh Mann. 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 Ah ha! Aber wir haben die Quote schon. Oh, easy. Wollen wir Speedplay machen? Was meinst du? Na ja, man kann ja schon vorher verkaufen, nur zu weniger Geld. Boah, wir können einfach noch mehr verkaufen. Du musst ja auch wieder zurückfliegen dann. Das ist eigentlich ganz cool in meiner Mod. Es lohnt sich auch früher abzugeben dadurch, weil du dann schneller zu hohen Quotas kommst und mehr XP bekommst. Ich verstehe das nicht, warum. Die Company kauft jetzt gerade 30%, das gleich kauft sie vermutlich 53%. Warum sollte man das machen? Warum? Für den Overtail-Bonus ist das kaum was. Also es ist nicht so viel. Es lohnt sich nicht wirklich, dass wir 53% zu verkaufen, wenn ich nochmal einen Tag nutzen kann, um jetzt nochmal mehr Loot zu holen. Aber wenn du XP machen möchtest, lohnt sich das. Wenn du genug Loot hast, lohnt sich das, das auch für 50% zu verkaufen. Oh nein, Stormy. Und dann darfst du wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen. It's Stormy. Stormy ist kacke. Stormy ist sehr kacke. Goodbye, Titan. War schön mit dir. Auf nach March. War schön mit dir. Wie er erstmal einatmet, wenn er reingeht. Oh mein Gott. Geh nicht hin. Was? Geh nicht hin, rauch das Landbine. Nice. Ist es sicher, dass sie oben ist und nicht unten die, die er Geräusche gemacht hat? Okay, ich sehe sie. Ja. Schade ist, dass man die nicht schärfen kann. Und jetzt sind sie oben mit dir. Du hast dich schon noch. Ach, die sind rechtliche Triche. Du hast dich. Geh nicht hin. Und du hast mich auf Freunde. Glaubst du dich. Dich. Du hast 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 dich, der dritte. Du hast dich. wie enttäuschend immer ein fire exit ich dachte ich wäre tot ich wäre so gut wie tot wo war das turret? da hinten in der ecke oh mein gott ok den kenne ich aber nicht den fire exit glaube ich ok Das ist so schön. Ja, mich hat der Turret fast gekillt. Die direkt am Fire-Exit stand. Direkt am Fire-Exit? Ja. Oh. Da wollte ich aber jetzt hin. Ja. Der linke Fire-Exit ist schlecht. Der rechte ist einfach nur beim Eingang in der Nähe. Okay. Easy schreibt er. Ich weiß nicht, ob das so easy war. Ich meine, die Quote haben wir easy drin. Also das ist wahr, ja. Die Quote ist easy. Easy peasy. Ich beobachte ihn mal. Oh, da ist ein Monster. Ein bisschen ein Facehugger. Da ist er rausgelaufen. War nicht so geil, habe ich gehört. Da war ein roter Punkt. War nicht so cool, habe ich gehört. Ja. Da war ein roter Punkt auf dem Radar. Ja. Ja und er hat ganz doll gestampft. Gestampft hat er. Hat er wieder, hat er wieder Hunger oder was? Ja, er stampft und hat mich zugelaufen. Ja. Immer diese unhöflichen Gegner. Diese Geräusche manchmal, wenn man losfliegt. Von irgendwelchen Gegnern, die da sterben. Und er hat er so. Na ja. Employee. Titan ist normal, aber da kommen wir nicht mehr hin. Aber Marge ist auch noch normal. Ja. Let's go. Titan. Ja. Titan was? Titan ist teuer. Ja. Ja. Aber auch geil. Oh, direkt Bienen hier vorne. Ich glaube ich hab gehört. Ja, das muss man hier jetzt hier. Find ich gut. Ich liebe es ja, wenn man den Rauch weg macht für doofe Sackgassen. Fire exit direkt hier. Wie dumm ist das denn? Oh, schön. Ich hab mal gehört, man kann Turrets ausschalten mit der, mit der, mit der Pernbedienung. Ich hab's ja probiert. Nee. Ich wollte dir die jetzt geben, damit du das probierst. Für die Wissenschaft und so. Was? Im ersten Raum wären Bottels gewesen. Ja. Was ist das? So. Ich geh mal durch den dicken Feier-Exit rein. Nein, die Monstertöten bringt kein Geld. Du hast halt nur Ruhe vor dem einen Monster. Was für ein geiler Feier-Exit. Das war der Raum, wo wir schon waren. Scheiße, ich muss irgendwie... Ich weiß nicht, wo der Feier-Exit war. Das ist ein Loot-Bug übrigens, der will mal einen Loot haben. Habt ihr das gerade gehört? Da hat gerade jemand Hey gesagt. Das war's. Es hat keine Zeit. Das ist nicht der Fall, ihr Exit. Muss hier lang gehen. Ihr habt das Hey aber auch gehört, oder? Das war jetzt zweimal. Alter, ich hab richtig Schiss gerade. Wir müssen hier weg, ich hab jetzt zweimal gehört, hey. Es reicht mir, ich will hier weg und der Loot Bug, der wollte mich umbringen. Ich hab's gesehen, der hat dir irgendwas geklaut. Ich hab's weggeschmissen, damit er mich in Ruhe lässt. Der will ja Loot, also gebe ich ihm Loot, dann verpisst er sich. Dumme Messi, dumme Messi ist immer. Wir sind wieder gut über Quota. Minimal. Ja, nur dreimal die Quota. Oh. Genau. Ich glaube aber, ich ändere es ja wirklich in der Mod, dass jede Quote, die man erreicht hat, dann XP gibt am Ende. Dass sie addiert werden. Dann brauch ich die Kosten gar nicht anpassen, weil dann ist es ja schon angepasst alles. Dann kriegt er ja mehr XP. Hast du das Telefon schon weggelegt? Oder? Weiß ich nicht. Das Telefon hat ja auch noch eine Funktion, da hört man schreien, wenn man an die Wand geht. Scheinbar ist es schon weg. Schade. Ich sehe es jetzt aber nicht dort. Ey. Wo war es in der letzten Quota, wo wir das Telefon hatten? Keine Ahnung. Okay. Kein Platz mehr. Okay, kein Platz mehr. Your Handwork is invaluable to the company. Okay. 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 Kling auf. Ist doch offen. Jetzt. Ja, wir haben genug Geld für Titan. Titan. Dann gehen wir mit so einem Mädchen, was die ganze Zeit mir auflustert. Hey. Ich muss zurück nach Titan, Seth. Ich muss zu meiner großen Liebe. Mein Kind. Mein Kind. Meine große Liebe. Also als Vater. Ich muss ihr Vater sein, Seth. Ich weiß. Wir müssen nach Titan. Verbindet sich auf die 5 Coilheads dort mal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. die Hunde oder die Hunde. Egal. Hauptsache ich bin bei meiner neuen Geistertochter. Titan. Und? Nein. Nein. Wir haben 5 Credits zu wenig für Teleporter. 5? Ja. 5. Aber weißt du was ich kaufen kann? Drogen. Es ist mir. Es ist ein Luigi. Oh mein Gott. Ich habe die Preise festgelegt. Die waren umsonst umsonst. Aber ich habe die vor 300 reingemacht. Ich habe 300 ausgegeben für diese scheiß Luigi-Suit. Alle unser Geld ist weg. Potato geht auf Amazon. Alle unser Geld ist weg. So. Titan. Auf geht's. Oh mein Gott. Ist die Handschuhe und alles. Ich muss sie echt gut aussehen gerade. It's a me. It's a Luigi. Noch mehr nach vorne. Ich hatte 45 Grad Winkel aber es ist ein bisschen mehr als das. Ich glaube die Semmler wird nicht richtig angezeigt. Ich kann nachdem es leer ist noch ein bisschen weiter sprinten. Naja das ist auch im normalen Spiel so. Okay. Ich hatte die Haare schön gemacht. Das ist auch im Moment. Oh mein Gott. Ich habe zwei davon. Ja. Und dann fahre ich's weg. Bottles! Ja, und zwar die falsche Leiter. Treppe. Und dann fahre ich's weg. Ich würde sagen, den Tal hat's sich sehr gelohnt. Jetzt schon. Okay. Das war's für heute. Ah, schon 600. Hallo. Das ist die Power von Oichi. Ja. 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 Ja, definitiv. Nein. 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 Gitane Stormy. Dann gehen wir zu S. Dann gehen wir zu WoW, weil das ist mit den Brücken. Das ist lustig. Wo liegt das? Das mit den Brücken, wo wir nach rechts gehen. Ah, okay. So viel Geld ausgegeben für Titanen. Erstmal Falschschaden genommen, natürlich. Story of my life. So bin ich auf die weggekommen, glaube ich. Erstmal mit Falschschaden. Jetzt ist es ruhig. Oder cholernos mit. Viel Geld. Oder cholernos mit Falschschaden. Dann gehen wir an. Tja. Das ist eine gewisse. Auch. Und einfach. Locked. Okay. So, ich schlage dir mal ein paar R auf. Wenn ich es nicht mache, dann macht es ja niemand. Bei der Lüftungsschacht. Da ist was aus dem Lüftungsschacht gekrochen. Da definitiv nicht. Okay. Die Brücke ist fast eingestürzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, der sieht ziemlich tot aus, oder? Vielleicht bewegt er sich ja noch. Oh. Cess. Cess ist ja ein Profi, der kommt bestimmt Leben zurück. Ich traue Cess so sehr, dass er zu Leben zurückkommt. Ich setze all mein Vertrauen in Cess. Das schafft er schon irgendwie. Hatte ich dir auch noch gesagt, irgendwas von Lüftungsschacht offen ist? Cess. Also das weiß er ja, dass er ein Monster war. Dann legt er bestimmt... Der haut das Monster grad bestimmt tot oder so. Naja. Das ist Cess Skill Level. Definitiv. Ja. Der würde ja niemals so einfach sterben von so einer Headcraft. Nee. Ich flieg einfach mal ohne Cess los. Der schriegt direkt und macht den Planeten hier wie Rambo klein. Deseased. Ich glaube, das ist eine Lüge auf dem Report. Ah, da bist du ja wieder von deinen Reisen zurückgekommen. Hä? Der Facehacker hat mich überholt. Auch eingeholt. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Aha. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Muss auf jeden Fall ein Bug sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das war es tatsächlich ein Bug. Oh. Wir haben schon wieder genug um auf die Tarn zu gehen. Wir rocken heute aber das Ding. Oh Gott. Der arme Wolf und der arme Joker morgen dann, ne? Wenn wir die XP schon haben und die nicht. Wir sind einfach schon so... Wir sind so Chats und die sind noch so Virgins. Wenn wir einfach Speed-Dweller sind. Wir haben morgen noch mehr XP unter dem Stand. Ne, wenn ich das mit der XP-Belonung anders mache. Weil wie gesagt, wenn ich die XP-Werte ändere, kriegst du XP zurück automatisch im Mod. Ich hab das extra so programmiert. Du gibst deine XP nicht wirklich aus. Du levelst und das System rechnet dynamisch aus, wieviel das kostet, was du gelevelt hast. Und sagt dann, deine XP minus das, was das alles kostet, ist dein Rest XP. Sorry. Ui. Ui. Klar. Ich bin Profi. Was? We are rich. I'm going down. Bring direkt zurück zum Schiff. Bevor du stirbst. Wie viel ist der wert? 170 oder so bestimmt. Ich bin schon überaus lucky, was die Goldbarren angeht, ne? Ich bin schon überaus lucky, was die Goldbarren angeht, ne? Das reicht eigentlich. Wir haben die Quota ja schon. Weißer, da ist was. Weißer, da ist was. 106 nur. 106 nur. Hm. Ich bin schon überrascht. Ich bin schon überrascht. Ja Cess wills wissen. Obwohl wir schon 1000 haben und schon wieder die dreifache Quota fast haben. Er ist im Lobby-Rind. Er ist wieder draußen. Machen wir etwas mit. Nein, sagen sie das geile Passwort. Das war nicht das geile Passwort. Was war das denn da draußen? Na hey, Nachbarn, seid mal ein bisschen ruhiger hier. Ja, unfassbar immer diese Nachbarn, ey. Mit ihrer lauten Heavy-Metal-Musik. Da wollte ich auch den Passwort mitteilen. Er war bestimmt wacker, der vorbeigekommen ist. Er ist gerade Starfield am Exploren. Mir ist das was ich traurig finde. Das Spiel hier macht, glaube ich, mehr Spaß als Starfield. Ja, außer man heißt natürlich. Ah, wir haben 1000. Ja. Klar haben wir 1000. Wir sind gut. Wir sind richtig krasse Pro-Gamer. Wir sind richtig Epic-Gamer sind wir. Epic-Gamers. Hat er nicht interessant gefunden, um aufzumachen. Wir sind richtig krasse Pro-Gamer. Wenn wir was lustig über ihn machen. Braucht man eine neue Frisur. Wer lustig über uns anmachen kann, dann läuft es immer weiter. Ich muss einfach Dreck aufbleiben, jetzt wüten. Er ist ziemlich pisst, glaube ich. Ich habe wieder die. Ich wupp. Easy. 1023. Und das zu zweit. Zu zweit. Haben wir jetzt beide Quotas oder zwei Quotas schon mit 1000, glaube ich, über. Das ist... Wir gehen richtig ab. Da haben wir sie uns eigentlich verdient, ne? So. Oh nein, hat er gekauft. Jetzt ist kein neuer Anzug erschienen. Wir gehen nach Titan. Und wir kriegen eine Lieferung. Du weißt doch ganz genau, was wir geliefert bekommen. Das hier liegt im Gesamtzess langsam im Rechner, glaube ich. Weil jeder Rechner muss alle Komplikte generieren, bevor es losgeht. Aber mein Rechner ist super schnell. Meinen kann es nicht liegen. Ne, Ges. Das ist immer so lange erledigt, liegt dann deinem langsamen Rechner. Das wird bekommen. Ja. Kann gut sein. Das glaube ich schon. Als Titan da hatte ich schon ein bisschen länger. Ich frage mich, warum eigentlich. Die Titan kommt mir immer so klein vor. Da liegt es immer so nah alles. Was ist die Glocke auch? Ja. Das ist die Glocke. Oh. Das Schöne ist, wenn die jetzt noch alles im Schiff, dann lockt die ganzen Monster schön an. Ich sehe das Mädchen. Habt ihr es auch gesehen? Ja. Ja. Das ist... Das ist... Das Mädchen ist hinter mir herzess. Okay, ich erinnere dich. Ich kann nicht mal zum Schiff gehen, das bringt alles nichts. Ja doch, wir müssen weg. Ah, da ist sie wieder. Da ist sie. Da. Oh mein Gott. Wir müssen hier weg. Tschüss. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ja. Das kann er auch hier draußen verfolgen. Trotzdem fast 400 Kult. Das ist doch nicht meine Tochter. Die sah so hässlich aus. Das kann nicht meine Tochter sein. Krass, dass sie so früh kommt. Ich bin gerade erst rein. Ja. Ich glaube, ich habe mich schon was länger besessen. Weil ich höre ja immer wieder dieses... Auf anderen Planeten auch. Vielen lieben Dank, Krasi, Thea, für dein Prime-Abo. Vielen lieben Dank. Ich möchte da nicht noch mal rein. Titan, bitte Stormy. Lass uns einfach wo wir auch anders hingehen. Nein. Titan ist normal. Nein. Nein. Mädchen, ich komme zurück zu dir. Das Mädchen. Das, 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 das Mädchen. Und die wollte mich nur kennen, denn das wäre schon eine ganz nette. Ja, ich glaube auch. Ja, kann auch sein. Gefährlich wird es halt erst, wenn sie einen verfolgt. Wenn sie hinter einen her tanzt und läuft. Ja, und teleportiert. Mhm. Sie ist mir Kross nacheinander zweimal erschienen, also. Ich habe einen Ehering für sie. Aber das ist ein kleines Mädchen. Als ob die einen Ehering will. Alter, ist doch nur eine Zahl, als ob. Pfff. Alter, hat auch was mit Reife zu tun. Ne, ne, ne. Oh nein. Nein. Scheiße, ich muss gucken. Ist Z schon tot? Oh, du lebst noch. Da drin ist Coilhead. Okay. Habe ich mir schon gedacht, als New Creature plötzlich eingeloggt wurde. Meine Flashlight flackert. Ich bin immer noch besessen. Hä, das ist aber ein Bug oder? Ja. Keine Ahnung. Das ist ein Bug durch meine Mod, dass die Flashlight so komisch flackert. Ich habe übrigens den Heiligen Graal gefunden. Ich vergesse den Ehering dort nicht, ne. Wo ist meine Flashlight hin? Ich habe mich weggenommen. Jede Menge Loots. Jede Menge Loots. Glauben wir schon. Ja gut, wir haben fast 1000 am Schiff, ne. Läuft bei uns. Läuft bei uns Mann. Läuft bei uns, Läuft bei uns, da-di-dam. Läuft bei uns, Läuft bei uns, great-asset. Great-Great-asset. Hast du auf mein Namensschild schon mal geguckt? Lieder? Aha. Alles Text. Titanis Stormy. Na gut, dann gehen wir auf Marsch. Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Wir dürfen schon auf Titan, aber zu zweit will ich Stormy dies machen. Wenn wir morgen zu viert spielen, dann können wir Stormy mal machen. Oh nee. Bienen. Ich bin zu schnell für die Bienen. Stormy macht Gewitter quasi mit Blitzen und man kann auch wenn er getroffen werden und Metallgegenstände werden getroffen. Also laden sich auf und werden dann getroffen. Oh nee. Oh Gott, das wäre ein Monster. Ich glaube meine Flashlight ist echt verpackt. Er kann sein, dass das durch Planeten durchgeht. Das kann sein, dass ich erst sterben muss oder so, bevor ich dann nicht mehr possessed bin. Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass mein Mod Bug eingefügt hat. Also es ist vieles möglich. Aber wenn ihr irgendwelche 3D Objekte habt, die ihr gerne im Spiel haben möchtet, dass wir die kaufen können oder sowas, wenn ihr irgendwie bewandert seid in 3D Modelle bauen, dann gerne her damit. Dann kann ich alles umsetzen. Ich kann alles einbauen in das Spiel, gar kein Problem. Ich kenne den Code des Spiels mittlerweile ganz gut. Und er ist grauenvoll übrigens. Falls ihr euch fragt, wie ist die Codequalität von lethal company grauenvoll. Hast du deine Taschenlampe vergessen? Nee, ich wollte einfach nur alles zum Schiff bringen. Okay. In einer Runde. Achso, hast du die Taschenlampe oder was? Ja. Und dann wollte ich zum Fire Exit. Ich wollte die wiederholen und dann zum Fire Exit gehen. Ich bin ja clever. Oh, da oben ist der V-Type Engine. Ich bin ja clever. Ich bin ja süß. Aber jetzt oben bist du chüelement. Bei mir geht es weiter. Ich bin ja sicher. Ich bin ja sicher. Und da oben ist. Hier ist das Bussisch. Und da oben ist möglich. Und das Bussisch significa. Und das Bussisch. Und ich bin ja sicher. Ich bin ja sicher. Ich bin ja sicher. Oh, da oben ist ja sicher. Die haben wir schon wieder falsch. Ich bin der Tuffer, Wirt. 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 Das war ein Fire-Exit, wo ich vorher noch nie war. Kann das sein? Ich glaube, ja. Das ist krass. Also habe ich jetzt einen dritten Fire-Exit hier draußen gefunden. Hey. Hey, ich habe einen neuen Fire-Exit gefunden draußen. Den ich vorher noch nie gesehen habe. Ja. Ja. Direkt neben dem Eingang, da geht es hinten noch mal weiter ein Stück. Da kannst du auch noch einen Fire-Exit finden. Deswegen habe ich mich gerade verirrt. Weil ich dachte, das wäre einfach der andere Fire-Exit, den ich kenne. Und das war aber nicht. Ich bin den Weg gegangen wie immer von da aus, aber kam nicht zum Schiff. So, Quote haben wir easy erreicht. Ich habe wieder über 1000, ne? Neu Tage left. 1181. Was ist hier lols? Die Runde endet nie, Cez. Wir sind die Quote. Mhm. Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020 You are truth professionals 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 You are truth Stephan You are truthfully You are truth professionals You are truthfully You are truthful You are truthfulness You are truthfully Ist ein Titan überhaupt für uns anfliegbar? Bissens so da warten wir auf Prinzess ja da okay ich bin curvy und wir sind auf titan und wir haben viele porter so viel geld hatten wir okay aber wir haben Stöße jede Menge davon hast du schon wieder Omas Gebiss ja Oma braucht die nicht mehr die Zähne so 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 Das war's für heute. Ja, ab Mitternacht fliegt das Schiff einfach los, ohne die Spieler. Mitternacht ist Insta tot, quasi. Da wird sich Seth aber freuen. Ja? 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 Da haben wir irgendwas Gruseliges gehört. Irgendwas hat mir ins Ohr geatmet oder so. Dann bist du vielleicht besessen. Kann sein, keine Ahnung. Wenn's hier draußen passiert, dann war ich ja. Oh, das Ding ist von der geworfen. Hä, das Ding ist von der geworfen. Hä, die sind wahnsinnig. Hm, das Ding ist von der geworfen. Guck, huff, guck, guck. Hust, guck, guck, guck. Guck, da bin ich... Ja, ich bin besessen. Nice. Ja, da ist sie. Geh weg! Jetzt bin ich besessen wegen ihm. Der ist schuld dafür, dass wir Geld verlieren. Allianz von 7,82. Haben wir die Quota schon? Wir haben die Quota am ersten Tag gemacht. Ja, ich weiß, was mit der Mädchen passiert. Ja. Sonst ist die vielleicht nicht berühren. Vor allem, wenn du aufs Tuch verschwindet, sie ja erst. Aber sie war scheinbar schon so weit, dass sie mich jagen wollte. Ja, wir haben die Quota jetzt schon erreicht. Bei der Taschlampe habe ich das vergessen. Ich glaube, es ist eine neue. Soll ich was sagen? Ich hatte gar keine. Wieso hattest du keine? Hat sie dich mitgenommen oder was? Hat sie die draußen liegen lassen? Keine Ahnung. Es kommt auf jeden Fall eine neue Taschenlampe für dich. Musst halt nur warten. Ich bin auch vorhin schon mal gestorben. Ah, der Facehugger, ja. Ja. Links ist gleich eine neue Taschenlampe. Ich habe keine Quota ohne Taschenlampe gemacht. Immer dieser Angeber. Das Wichtigste erstmal direkt mitgenommen, die Trickles, die Jörg sind. Die Trickles, die ich habe. Und ich werde das ansehen, wenn du auch nicht machst. Ich werde das ansehen lassen. Hier ist ein kleiner zu krefen. Das kann das ein Zeitpunkt machen. Oder wir imposieren. Ja. Und ich kann das corpse. sehr, will ich jetzt den Karten machen. Oh, das ist so. Also werde ich hier. Ich habe die Figuren. Ja. Sollte die Aufmerksamkeit. Okay. Oh mein Gott, wo ist der weg? Oh! Oh mein Gott, wo ist der weg? Oh-oh. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch lebt. Ja, ich lebe noch. Okay. Ich hab'n Pflanzenmann gesehen. Ich weiß, hab'n ihn auch gesehen. Okay. Ich muss meine Taschenlampe holen. Wo ist was rotes? Das ist nix. 1.335. Ich hab' schon wieder doppelte Quote. Ich hab' gesagt, fast doppelte Quote, ja. Nix mit rot. Wird diese Runde jemals enden? Ja, wie weit man nur mit Tassenlampe kommt. Ja, ne? Die flashlight on the challenge hier. Wer ist das beste Item? Ah, Titan Stormy. Dann gehen wir nach Offense. Dann haben wir eine extra Runde, Ehrenrunde drehen auf Offense. Ich meine, wir haben jetzt auch die Taktik, einfach so schnell wie möglich rein und so viel wie möglich rauszuholen und einfach verpissen. Ja. Das hat die sicherste Taktik. Da kriegt man aber auch meistens schon das Meiste. Zumindest wer auf Titanen bist. Titanen ist so viel Loot. Ja. Ah, kein Fallschaden. Das kann man vielleicht sogar vor Cess an, obwohl er schon Skills drin hat. Ja, sieht so aus. Da ist ein Landmein. Landmein. Dings. Das ist jetzt gerade so. Nein! Potato! Ich so. Was denn? Das hat geleuchtet. Geradeaus ist was? Spider. Nice. Wir haben nichts zum Spider töten. Äh. Wir haben genug. Okay. Wir müssen eh dreimal laufen. Ja, alle Lichter sind dann aus, wenn man die Sicherung rausnimmt, also die Stromquelle. Und ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, aber das Radiation Level, das wird immer angezeigt. Ich weiß, ob das nicht eingebaut ist bisher. Ich kann nachher mal im Code gucken. Aber ich glaube, dass es die Spawn-Wahrscheinlichkeit von Gegnern erhöht. Das kann sein. Das ist auf jeden Fall, was sehr viele Spieler vermuten. Immer zur Musik. Ups. Ich hatte ja nichts, außer dass, weil immer alles Kleine weggenommen wurde. Ja, da muss noch einmal laufen, ne? Ist ja noch eine große Sache. 1.500, Alter. Was ist hier los? Wir rasten komplett aus. Wir werden diese Quota niemals nicht kriegen. Sagt ihr. Und nächste Runde, bam, tot. Ich meine, hätte ich kein Problem mit. Wenn wir die Quota schaffen, habe ich einen Inventar-Slot. Easy. Wir können noch Lootsaber holen, ne? Oder der Express Delivery. New Dirited für an. Bang, 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 bang. Grazie. Okay. Birken, golly. Okay, let's verletzen. tailgit. Now you see. Äh, klopf, klopf. Nee. Was bist du? Was ich bin? Äh, Great Assets. Dritten Seil. Great Assets nämlich immer auf. Great Assets. Great Assets. Great Assets. Boote erreichen, das war easy. Ja, ganz knapp. Nur doppelt so viel. Zweit rocken wir das Ding. Und morgen enden wir wieder bei einer 400er Quota. Weil wir zu viel sind. Ich glaube, wenn wir zu viel sind, ist man auch bereit, mehr Risiken einzugehen. Aber das ist eigentlich falsch. Eigentlich sollte man das nicht tun. Ja. Ja, man denkt sich halt immer so, wenn wir beide sterben, dann sind da halt auch zwei andere. Ja, aber die beiden sterben dann meistens auch direkt da hinterher, also. Aber die haben dann auch mit den Monstern zu kämpfen. Ja. Wir haben ein richtiges Partyboot, ne? Mit guter Musik. Ich glaube, der wird gerade einen Spieler fressen. Warum? Ich habe doch gar nichts gemacht. Dein Handwerk ist inhaltbar für die Firma. Das stimmt. Oh, 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 oh. bei einem kling auf der ist ziemlich bis glaube ich ich glaube ich am ganzen radaktiven will und dieser wert einfach es ist einfach 1526 von 725 wir haben 1807 gschweditz das ding leer hast du immer noch keine beförderung das dauert auch noch ein stück ich hatte ja auch überlegt dann mein system an die xp vom spiel anzupassen aber habe ich mir dagegen entschieden aber dann würde es ja nach jedem quota oder nach jedem planeten leveln können ja wenn wir zu viel und schon eine runde zu ende spielen 145 over time bonus wir haben 1952 wir können einfach zweimal zu titan fliegen gar kein problem titan ist übrigens bombe ist alles gut auf titan ich gucke beim store minion suit alles gut aus leia suit das hier auch eine tausender auf jeden fall nicht mal ganz so einfach bevor wir sind die dunkel ja also sollte gar kein problem gegner geben also ist einfach die gegner in der big fucking gun und dann geht's los es gibt dann bot mit der man raketenwerfer bekommt im spiel hat aber nur vier raketen das ist das planning sind aber noch vier mal schießen alles klingt als ob die man sonst nicht töten könnte so so Oh, wow. Oh mein Gott, was ist denn der von der Raum? Was? Was ist alles? Du weißt, was ich nehme. Das war jetzt doch klar. Oh ja, die Paintings. Wow. Ich glaube, es ist ein Coil-Head aktiv. Es hat gerade so geruckelt. Ich warte noch darauf, dass gleich Geschrei kommt, wenn er rauskommt. Ah, ein Coil-Head! Sehr viele große Gegenstände. Ja. Da muss er schon richtig runterwerfen. Oh. Okay. 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 Das war's für heute. Ich seh das Mädchen. Wir haben einfach schon wieder 700. Was ist hier los? Wir haben schon fast die Quote erreicht. Ich hab mich angeatmet. War geil. 728 haben wir schon. Wir kriegen nachher 1000 XP, wenn wir die Quote schaffen. Und geht jetzt auch ruckzuck, weil wir immer nur kurz runtergehen. Bamm, 2-3 Stunden sind wir drin. Hol eben schnell die wertvollsten Sachen raus. Sieht, wir haben fast die Hälfte des Planeten gelootet. Da war aber auch super viel in dem Lampenraum. Oh. Da waren ja irgendwie vier große Items drin oder so. Plus ein paar kleine. Titan ist noch gut. Ey, ihr müsst aber jetzt schon zugeben, zu zweit machen wir das schon echt gut, oder? Ich höre dich leider die Welt, die ich gerade nicht generiere. Ja, ja, ich weiß, das ist immer so. Ich höre dich auch nicht. Ich habe nur in meinem Chat gefragt, ob wir das gut machen für zu zweit. Bei einer tausender Quote ist schon zu zweit ist das schon ganz respektabel, sage ich mal. Oh, ich habe meine Batterie nicht aufgeladen. Er zu viert ist mehr chaotisch, lustigerweise. Man würde eigentlich meinen, ich meine, ich glaube, man kann zu viert ziemlich imba sein, weil du halt immer einen im Schiff haben kannst. Und wenn der richtig gut ist und auch richtige Hinweise gibt, hier ist ein Monster, bla bla, vorne links und sowas und mit Funk durchgibt und so, kann das schon ziemlich imba Gameplay werden. Ich meine, aber jetzt ist es ja schon imba, was wir hier machen, zu zweit, also. Ich meine, ich habe jetzt noch groß reden. Gleich kommt Coilhead und bumm, Rinde vorbei. Weil immerhin, oh, da ist schon ein Loot-Bug. Irgendwann haben wir ja den Vorteil jetzt, dass wir 20% unseres Loots behalten, das heißt, wenn wir jetzt sterben. Ist er wütend? Ich weiß nicht, ob er wütend ist, oder? Ich glaube schon. Ja, doch. Ich glaube, du hast was aus seinem Ding genommen, was er sein als seins ansieht. Oh, man. Fire exit. Fire exit. executat. Oder ist er. All missed Oh mein Gott Ich komme hier rein und höre die Roboter Sau wusig Da ist ein Lüftungsschafter auch gegangen Ich sage ihm das jetzt nicht Soll ja wieder ein bisschen spannender werden, oder? Ja, wir haben das jetzt bei zwei Teams auch gemacht Einer hat jeweils immer walkie-talkie dabei So haben wir erst zu viert gespielt Aber es wird trotzdem chaotisch Weil da muss immer einer dem anderen hinterher dackeln Wir haben jetzt den Vorteil, dass jeder für sich Erstmal ein bisschen spielen kann und entdecken kann Da warne ich mir natürlich ein Monster Ja, ja, ich habe einen Lüftungsschacht Also ich öffne ein Hörner, als ich raus bin Auf dem Weg gerade Ich habe es dir nur nicht gesagt, weil ich dachte, es wird lustig Jetzt hat mir Spicer das mal ein bisschen auf hier Weil die Monster können es halt nichts, wenn wir wieder raus sind, bevor sie da sind, ne? Wenn wir schnell machen gehen, können die Monster sonst gar nichts Easy, Quota hat schon erreicht Ja, 1244 Das kann man nicht ewig so weitermachen Die nächste Quota wird irgendwas 1500, ne? Danach wird es schwierig bald, ja Das ist Tate the most injurious if you were verletzt Was du falsch haben Ja, ok Titan ist immer noch gut Einfach der komplette Komplette Rodeo Titan Aber nur wenn wir die 1500 auch schaffen Dann gibt es 1500 Wenn wir das jetzt schaffen, die Quota Das zurückbringen, gibt es 1003 Wenn wir sterben Nicht die aktuelle Quota, die XP, die man kriegt Sondern nur die letzte Quota, die man erreicht hat Das ist die XP, die man erhält Derzeit, ich werde das glaube ich nochmal ändern Ich werde das so machen, dass alle Quotas zusammengerechnet werden Die man erreicht hat Dann hat man ein bisschen mehr XP Weil so ist es jetzt ein bisschen wenig Wobei ich auch sagen muss, dann muss ich das Inventar teurer machen Dann werden die Inventar-Dinger teurer werden Weil dann hast du jetzt bei so einer Runde Jetzt hast du auf einmal 2000 XP am Ende Und dann könntest du direkt zwei Inventar-Slots holen Das ist zu viel Dann hast du ja sechs Inventar-Slots nach einer Runde Also zwei mehr als sonst Nice, hier hinten ist ein bisschen was Ich weiß nicht, wo noch mehr ist, aber Abklauen ich alles Okay Spinne Spinne geradeaus Sehen sie So, Fire-Exit, wa? Wir haben eh die Quota schon Wir müssen kein Risiko eingehen Lebst du noch? Ja Hier ist irgendwas Ich glaube, das ist, wenn du hier in dem Raum bist Achso Ja Das ist das wichtigste Item Ich glaube, die Gürkchen Es gibt heute das Hamburger mit Gewürz-Gürkchen Ach, krass Locked Ah, Kender ist zurück Wo war zurück? Das ist eine gute Frage Hier Ja Wo bist du? Müsst du da kein Risiko eingehen Wir haben die Quota schon Also hier haben wir uns was aufgefallen Mit dem Mausrad Okay Ich würde es umgekehrt Im normalen Spiel ist das so Wenn du Mausrad nach oben machst Geht ein Slot nach rechts Das ist umgedreht Okay Weil es sich irgendwie so besser anfühlt Mausrad nach unten Nach rechts gehen Fühlt sich irgendwie für mich richtig an Ja, das liegt alles irgendwie vor deinen Füßen Ne, nicht alles Oh, das ist teilweise auch Was? Auf dem Kürbis Das ist ungewöhnlich Ich glaube ich bin gehorntet So, hab alles Okay Seine Taschennappe liegt vorne am Eingang Na, ich tue sie hier kurz rein Dürfte auch alles gewesen sein Ja Dauern 600 Ja Äh, Grazitea ist, oder Grazitea Ich nehme an, Grazitea von Grazitea, ne Oder sowas Ich weiß gar nicht, ob du von Final Fantasy herkommst Ähm Grazitea, bock Ich hab den Plan, die Mod natürlich irgendwann zu veröffentlichen Ich will die natürlich nicht für mich behalten Die ist aber für mich noch nicht fertig Fertig wäre sie für mich, wenn es auch einen XP-Screen am Ende gibt Wo du das dann siehst, wofür du was für XP bekommen hast Und sowas Und wenn ich das soweit halte, dann würde ich sagen, kann ich das machen Mit dem, dass man für Monster töten und sowas Dass sich das Spiel sich das merkt Und dann quasi am Ende XP noch verteilt Extra XP Für du hast sechs Monster getötet, kriegst nochmal 100 XP mehr oder sowas Aber aktuell ist es halt noch nicht Aber das ist eine gute Idee Und die Idee hatte ich auch schon Aber Mal schauen Dafür würde ich das gerne alles ein bisschen mehr Ja Sauber programmieren Ich hab's bis jetzt sehr, sehr hingerotzt Mehr oder weniger Ja, ja Deswegen dachte ich mit Thea Das ist Irgendwann eine Fantasy Ich dachte mir, dass es nicht Thea ist Ich hoffe ja, dass wir gleich mal endlich eine Plakette bekommen Best Employees of the Year oder so Für diese Company? Ich weiß nicht Die behandelt uns doch gut Es ist aufgegangen Das Telefon nicht verkaufen übrigens Ich will das Gemma ausprobieren hier an der Wand Und die Schreie hört Nein, Schreie hört nichts Ist offen Das Problem ist, ich hab schon mal öfter das gestreamt, wie ich code Aber es hat nie jemand zugeguckt Da waren die Schreie Ah, ich hab's nie gehört Ja, ich hab's auch gehört Naja, aber das Problem an Kauten Stream ist halt Dass es für mich ein Nachteil ist Weil ich code nicht so gut Wenn ich nicht nebenher irgendwelche YouTube-Videos laufen lasse Oder Musik höre Ist offen Na, das Ding dafür ist halt einfach Ich code halt nicht so gut Wenn ich dann keine Musik und sowas habe Und ich höre halt Copyright-Musik Oder guck mal YouTube-Videos an Guck mir jetzt den aktuellsten YouTube-Dramen-Scheiß oder sowas an Die ich halt gut nebenher laufen lasse Oder guck mal auf Netflix eine Serie Ich wollte ja zunächst anfangen, Animes zu gucken Auch so ein Ding, was ich mal anfangen kann Mit nebenher gucken und sowas Aber Das kann ich halt alles nicht machen, wenn ich streame Und dann guckt mir halt eine Person zu Wenn ich das Coding streame Und dafür dann aufzugeben, dass ich mich wohlfühle beim Coden Ich weiß nicht Weil ich fühle mich auch immer so, als würde mir jemand über die Schulter gucken Das würde ich auf der Arbeit auch hassen Wenn ich da sitze und programmiere und jemand steht hinter mir Und guckt mir über die Schulter, was ich so tue Lass mich doch halt einfach mal ein bisschen faul sein Und ein bisschen nachdenken über das, was ich jetzt schreiben will Ich meine 90% der Zeit beim Programmieren ist nicht schreiben Sondern denken, das ist halt einfach so Die meiste Arbeit, die du tätest, dieses Denken Manchmal habe ich auf der Arbeit Tage, wo ich drei Tage Keine Zeile Code schreibe Weil ich mir nur Gedanken über die neue Funktion mache Wie ich die einbaue in das System Das kostet halt manchmal Zeit Muss ja auch am Ende alles funktionieren und sauber sein Man will ja auch nicht, dass das nach drei Monaten Bei der nächsten Änderung dann auf einmal alles auseinanderbricht Was ich da programmiert habe Das Problem wird der Entwickler hier mit dem Spiel haben übrigens Der Code ist grauenvoll Okay Das Problem wird er haben, das wird ihm irgendwann über die Füße fallen Wenn er hier mehr machen will mit Ein bisschen was wird noch gehen Ein bisschen was kriegt er da noch rausgeholt Aber das wird immer langsamer werden Also 1300 ist ja easy, das kriegen wir easy hin Ich code Ich sage mal einfach Online-Shop Für Millionen von Umsätzen im Monat Also wir reden hier halt von Weiß ich nicht Wie viel Millionen Umsatz im Jahr im Monat Also da geht schon ordentlich Geld über die Bühne Titan ist in Ordnung Wir haben 2487 übrigens Oha Oh wir können Oh Neuer Suit Guck mal wie ich leuchte Guck mal ob du gleich wirklich leuchterst Oh mein Gott Das ist ja richtig gecheatet So Dann gehen wir wieder zu Titan Titan ist unser Lieblingsplanet Wir haben immer noch 1187 übrig Ich weiß nicht wofür wir das Geld noch rausgeben sollen Wir brauchen ja nichts Wir brauchen ja nur eine Taschenlampe Das ist alles was wir brauchen HTML gehört auch dazu Ja Aber ich schreibe eigentlich JSX Also mit React und im Backend.net C-Sharp Wir haben halt nichts was wir noch brauchen Das ist halt das Problem Wir brauchen mehr Taschen Wir brauchen mehr Taschen Das ist vielleicht den Plattenspieler im Angebot Ne Im Angebot Als ob wir auf ein Angebot angewiesen wären Das ist das Endgame Ich habe es mir romantisch mit dir gemacht während wir so leuchten Na Cess Noch ein bisschen romantische Musik Das ist leer Sehr romantische Musik hier Ja Das ist Endgame Wie gerne ich das hätte Dass wir zu viert werden Und alle drei da stehen Die anderen Da hätte ich einen geilen Screenshot Für Thumbnail So wird es halt nur ein Thumbnail mit Cess Passiert Weil vielleicht sollten wir es echt ausmachen Wenn wir auf Titan landen Nicht dass nachher die Hunde hier angezogen werden Und alle Dann sind die Hunde nachher Ich muss warten Da kommen die Hunde nachher alle hier in das Schiff rein Und wir kommen nach Hause Und wollen die Sachen reinbringen Sind hier drei Hunde drin im Schiff Und die Jukebox Nix Und das Die T-Shirts verschieben Aber geht nicht gerade Dann fliegen die vor uns weg So Ich habe dir dein Rektum geschaut So würde ich die Erfahrung nicht beschreiben Aber ja Ich habe es wieder getan Du bist nicht die Mama Ich tue was ich will Ich tue was ich nicht Ich glaube auch, dass die Terms of Service hier bei uns, bei mir im Stream nicht wirklich Anwendung finden. Wer kontrolliert es denn? Als ob mich hier jemand melden würde von euch jetzt. Und als ob das Twitch mitbekommen würde, wenn hier irgendwas nicht TOS-konform wäre. Ich meine, ich halte mich an die Regeln bei Twitch, so ist es nicht. Ich habe mich nicht vor, mich nicht an die Regeln zu halten, aber ich meine, wer kriegt es mit? Oh, hallo. Ich glaube, da vorne im Fire Exit ist ein böses Monster, aber ich gehe trotzdem nochmal rein. Dafür war es einfach zu viel Loot. Alter, mach's. Ja, vielleicht bist du auch jemand, der mich melden möchte, das kann natürlich sein. Ich meine, man darf den Twitch-Chat nie vertrauen. Aber ich halte mich, wie gesagt, sowieso an die Regeln, also. Gleich mit ganz kleinen Ausnahmen. Wobei, die Alkoholregel sagt ja nur, tschüss, Ces. Die Alkoholregel sagt ja nur, dass man keinen übermäßigen Alkohol trinken soll, ne? Dass man halt wirklich besoffen ist. Das war ich halt, doch, einmal war ich schon echt besoffen, aber nicht so, dass ich dann in, weiß ich nicht, Plauderlaune im Sinne von, oh, Stammschichtniveau oder sowas gekommen bin. Ich war halt so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich muss aufhören, Leute, ich kann nicht mehr. So. Ich muss, ich bin müde, ich will ins Bett. So besoffen war ich halt schon mal auf Twitch. Und ich meine, ich kenne halt meine Grenze. Ich weiß dann, okay, jetzt reicht's. Jetzt habe ich zu viel getrunken, jetzt gehe ich einfach schlafen. Die gute Zeit ist vorbei, jetzt geht's nur noch bergab. Ich muss halt wissen, wann vorbei ist, ne? Und das ist ja genau, genau mit gutes Beispiel, oder? Mit gutem Beispiel vorangehen. Ist aber nur einmal gewesen, so schon über eineinhalb Jahre her, glaube ich. Jedes Mal anderes, wenn ich getrunken habe, habe ich schon weit vorher aufgehört. Oh, schon 700. Aber 700 ist noch nicht viel, ne? 700 ist immer noch, äh, nur die Hälfte der Quote. Nochmal rein, wäre geil, aber... Ah, wir haben schon zwei Uhr, lieber nicht. Ja, du darfst auch nicht volltrunken sein auf Twitch. Und auch auf YouTube, ich glaube. YouTube sieht das auch nicht gern, wenn du wiederholst, wenn du volltrunken bist. Also ich rede von wirklich Hälfte und diese Schlampe, die sind fast getrunken. Und, äh, und, äh, und, äh, und zes raus aus Deutschland. Was? Was? Das war in Deutschland. Ich glaube, das, das, das ist dann zu viel. Da, da schreiten wir in einen. Oh nein, Stormy und unsere einzige Chance, diese fette Quota zu erreichen, ist Titan. Auf anderen Planeten werden wir diese Quota nicht mehr, nicht mehr wuppen. Und hier ist es Stormy. Wir können aber nochmal auf Titan später, theoretisch. Wir können auch auf Rant gehen. Das musst du jetzt entscheiden. Rant hat aber langen Weg. Ja, hat aber auch viel Loot. Wir werden auf dem Weg sterben. Hä? Wir werden auf dem Weg sterben. Ja. Rant war doch der nächste, oder? Ja. Das Problem ist, wir können sonst nur auf WoW mit den Brücken der Planet. Alles andere, Stormy, Flooded Stormy, Eclipsed, Flooded Stormy. Also Rant oder WoW? Wenn wir nach WoW gehen, könnten wir das Glück haben, dass danach Titan wieder normal ist und wir nochmal nach Titan können. Wenn wir jetzt zu Rant gehen, können wir nicht normales zu Titan. Das hat die Frage, ne? Dann WoW. Wir haben schon die halbe Quote. Ja. Bisschen mehr sogar als die halbe. 6,50 wäre die halbe ungefähr. Ganz klein bisschen mehr als das. Ja. Und Drogen sind natürlich schlecht, meine lieben Kinder da draußen. Ich glaube, das muss ich euch aber auch nicht sagen. Ich glaube, das lernt man heutzutage überall. Und ich meine, das ist, das klingt jetzt lernen, als wäre das jetzt nicht wahr. Man muss das erst lernen, man muss indoktriniert werden oder so. Ne, Drogen sind wirklich scheiße. Mein eigener Bruder ist am Alkohol gestorben. Allein deswegen habe ich einen sehr vorsichtigen Umgang mit Alkohol. Ich weiß, was für ein Scheiß das anstellen kann. Und das ist halt echt so. Also Drogen und sowas, die können euch töten. Auch Marihuana kann euch töten, theoretisch. Wenn ihr voll bekifft mit dem Auto durch die Gegend fahrt, weil ihr meint, ihr könnt noch fahren, mit einem Unfall baut, seid ihr tot. Also. Immer aufpassen. Immer, immer responsible bleiben. Wie man so schön auf Englisch sagt. Wie heißt responsible aber auf Deutsch? Verantwortungsbewusst bleiben. Genau. Ich hasse das, ne? Ich habe dieses Denglich auch manchmal ein bisschen mit drin, weil man die Worte halt super oft auf Englisch hört, weil man super viele englische Serien und so Sachen guckt. Spinner. Unten ist Spinner. Okay. Ist der Lieblingsalter. Oh. Wie der mich einfach erschrocken hat. Oh ne, damit gehe ich nicht über diese Brücke. Als ob. Not gonna happen. Ich meine, wir müssen Kohle machen. Es will kein Weg dran vorbei. Wir müssen jetzt auch hier Kohle machen. Es kann sein, dass Titan nicht gut ist am Ende. Da müssen wir jetzt zumindest nah an die Quota kommen. Da wird aber noch eine Chance haben. Drückt mal ganz fest die Daumen. Das hat wohl funktioniert hier. Ja, ja, ja. Genau, dann kommt er dazu, selbst auf Marihuana und sowas. Du kannst immer noch süchtig danach werden. Das heißt, du gibst dein Geld am Ende für Drogen aus, statt für Miete oder für andere wichtige Verpflichtungen. Und damit zerstörst du dein eigenes Leben. Ich meine, so Sachen können halt schon ... Da seid echt vorsichtig, was Drogen angeht. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, nehmt das nicht. Aber wenn ihr das nehmen wollt unbedingt und das unbedingt ausprobieren wollt oder sowas, dann macht es bitte verantwortungsbewusst. Lasst eure Pflichten nicht hängen und sowas. Wenn ihr damit irgendwie der Realität entfleuchen möchtet und sagt, oh, mein Leben ist so scheiße, ich nehme Drogen, dann geht es mir wenigstens ein bisschen gut. Und das, da fängt es an, Probleme zu machen, weil dann zerstört ihr euer Leben noch weiter mit den Drogen. Da sollte man echt aufpassen. Ich bin sehr clever, dass ich die hier habe liegen lassen. Ah, ihr habt genau irgendwas gehört. War am Fire Exit noch was zu finden? Ich hab nichts mehr gesehen, aber es sind noch Wege, aber es sind noch Monster. Ja, gut, dann gehen wir. Mir fällt aber übrigens gerade ein, dass ich etwas anders programmieren muss. Ich hab das Batterie-Upgrade auf die Spieler gelegt und das funktioniert auch, sobald du ein Batterie-Item in der Hand hast und das betreibst, läuft die Batterie langsamer runter. Aber wenn du das anmachst und hinlegst, funktioniert das nicht mehr. Das war gerade aufgefallen, das muss auf das Schiff, das Schiff muss größere Batterien haben quasi. Das ist quasi, dass man das Ding hier upgradet, sozusagen. Ich glaube, das ist der Weg, den ich gehen muss. Das sieht nicht gut aus, Leute. Passwort? Nice. Mach auf. Ist doch offen. Absolut, ich bin auf dem Planeten. Nächster Planet muss Titan sein, ne? Oder einer der Paint-Planeten, weil wir haben nur 900. Und ich meine 400 oder 300 auf dem Planeten zu holen, auf normalen wird schwierig. Da müssen wir wirklich länger rein dann. Wenn wir 400 auf ihr Smart holen wollen, dann müssen wir halt auch Monster und so. Wir haben noch Geld für schaufeln, im schlimmsten Fall. Wie viel haben wir denn hier rausgeholt? Hier waren auch nur 443. Wir haben schon die Hälfte geholt. Das wird ohne Titan wird schwer. Titan ist Stormy, Rant ist Stormy, Dine ist Flooded. Wir sind am Arsch. Super. Wir sind sowas von am Arsch. Wir sind sowas von am Arsch. Wir müssen fast 400 von einem anderen Planeten holen. Das ist... Ja... Gibt's am Arsch. Wir müssen die halt wirklich komplett leer machen, schon fast. Ich überlege gerade, ob wir das Risiko mit Stormy eingehen. Dann werden wir die Quote verlängern. Marge wird's noch ungefähr 700 haben. Also... Aber wir können die Quote verlängern, du hast recht. Aber kostet 1297. Ja, nicht wirklich nur Geld. Das kostet immer den Preis der Quote. Voll fies, wie ich das gemacht habe. Aber ich glaube, wir können das vielleicht sogar einmal upgraden, das Quote-Ding noch. Aber das wird auch nicht helfen. Nee, 100 XP kostet das Quote-Discount. Ich fand das zu mächtig. Wir können Stormy riskieren, aber... Komm. Wir gehen mit wehenden Fahnen unter, wenn wir untergehen. Nein. Titanit ist Stormy. Möge mich der Blitz beim Lootentreffen. Ja, am besten wäre es sogar, wenn wir jeder 250 irgendwie ins Invertal bekommen und dann rausrennen und einfach runtersprung zum Schiff. Da kannst du ehrlich... jetzt im schiff bleiben bevor wenn du mich wenn du mich das verlassen willst hier drin bleiben war auch da draußen können wir zu treffen sobald herausgeben auf wirklich gehen willst gehst du raus erst okay jetzt wir sind da nein wir haben den seltenen spawn rechts ist der gasse hinten rechts auch dann muss oben hier 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 wir haben gerade mal 91 da draußen liegen ich versuche hier zu geräuschen zu machen oh mein gott wir sind so am arsch hat war 94 sehr gut bin ich voll ich muss noch eine sache suchen ich habe was gehört war der fireplace habe ich gehört wunderbar 57 immerhin dann wieder raus wieder raus klingt zwar einfach aber ich weiß nicht wo es lang geht ja Ja, aber definitiv nichts. Ja. Ja, hier ist die Akkasse. Aber hier sind wir auf jeden Fall näher am Ausgang. Hier. Nice. Ich weiß nicht, ob wir genug Geld gefunden haben. Meine Batterie ist auch fast leer. Was ist da? Naja. Ah. Doch, ich müsste reichen. Weg da, weg da. Wobei, wir haben ein Dach überm Kopf. Und das ist das Geräusch, was passiert, wenn die Sachen explodieren. Ich muss meine Taschenlampe dann hier lassen. Was ist Mehrwert? Dachi. Ja, meine Taschenlampe auch da. Schaffst du's? Ja. Wir haben die Quota! Woohoo! Let's go! Fliegen wir? Ja. Hat irgendwas rumgestampft. Alter Schwede. Hahahaha. Einfach voll gerach oder runterspringen. Hahahaha. Nö, left. Ja, die nächste Quota wird schwierig. Na gut, wenn wir gute Spawns haben, dann geht das schon. Ja, wir schauen wie hoch das geht. Ja, wenn wir Titan haben und am Eingang ist halt direkt Räume mit 4-5 Gegenständen jeweils. Und dann wieder weitere 4-5 Gegenstände in den nächsten Räumen, dann geht das schon. Man kann ja 20-30 Items aus Titan rausholen. Gehen tut das. Die Frage ist, ob wir das Glück haben werden. Was jetzt aber klar ist, wir kriegen 1200 XP, wenn wir nachher verlieren. Das ist ordentlich. Oh ja. Damit kannst du dir easy einen Inventar-Slot holen. Und das ist mega mächtig, 5 Inventar-Slots. Der hat aber wieder Magenbeschwerden. Gibt es da nicht was von Ratiofarmen? Nö. Und so ein Medikament ist mir im Kopf gerade irgendwas mit Fink. Vielleicht braucht er das. Am 3-1-1-1-1-2-1-3-1-2-1-1-1-1 Ich glaube, die ganzen radioaktiven Dinger bekommen wir ihm nicht. Es ist ihm. We value your commitment. Einfach verrückt, dass wir diese Quota geknackt haben, ganz ehrlich. Wir sind absolut krank. Was ist das, Alter? Wie viel Geld wir hier gemacht haben. Wir sind mega reich. Und das, obwohl wir nicht was viel gepirkt haben. Ja. Das Spiel, ich hätte vor mir ganz zu viert. Ja. Aus geht's. Der Part wird immer länger. Die Leute auf YouTube freuen sich. Vier Stunden Video. Jetzt schon. Oh Gott. Jetzt am Einschlafen ist voll geil, denke ich. Ich bin jetzt nächste vier Stunden unterwegs. Das war eine Taschenlampe. Haben wir die verkauft? Habe ich die verkauft? Außer sehen. Die haben wir liegen lassen. Ne, haben wir liegen lassen, um die Alters mitzunehmen. Stimmt, stimmt. Wir können ja neue kaufen. Dann, 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 dann. Aber Overtime-Bonus wird nicht so groß. OOOHHOHOOHOHOHOA hjälpte deine mitzunehmen. Ohohohohoho, 2705 vítt, Senden. Elters eine. Ohohohohohoho llega. prematurelich, ich bin ja wieder unbedingt genug zufennen. mindern coyruhester noch mitzunehmen. beginnt zu teilen es gibt es gibt keinen weg darum wir müssen teilen machen wir sind den punkt wo wir nichts anderes mehr sinn ergibt geben wir dreimal auf margen was bringt das haben wir dann am ende 1000 die das ist vor die dort und wir müssen auf unsere lampen warten um um also hat Level S plus also ist es interessant wenn es hier folgier ist 7bp nicht von 7bp weißt du ok du musst jetzt 600 rausholen ich gehe direkt durch Freie Exit rein du gehst durch den normalen Exit rein ok warum da ein Painting hey da du musst in Versailles da du musst du musst Da war ein Lüftungsschacht. 145, oh mein Gott. Nee, haben wir nicht. Da war fast, Seth lebt nicht mehr. Oh scheiße, ich bin wieder falsch in den Gang gegangen. Ich muss dir Bescheid sagen. Bescheid sagen? Ja, nicht mehr rein. Jack in the Box ist da. Also wir können nachher wieder rein, in so einer Minute oder so, aber nicht jetzt. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Das ist schon eine okay Belohnung für die Spieldauer, finde ich. Das ist schon gut gebalanced, finde ich. So dafür, dass ich nur hier saß und überlegt habe, wie man das ungefähr balancen kann. Fand ich das schon okay. Zwei Intarpslots für eine Quote 2000. Also, war's schon okay. Okay. Ich bin jetzt das Spiel, das offiziell einbauen wurde mit den XP, wie ich das gemacht habe. Fand die Idee eigentlich ganz cool. Die Idee kam aber von Wolfi. Beck ist aufgegangen. Ja. Er hat wieder Magenprobleme. Näää. So viel wie wir dem da reinstecken, kein Wunder. Ob das heißt, meine... Goodbye Flashlight. Außersehen reingeschmissen. Oh nein. Naja. Kostet ihr nur 50 oder so. Nur mit 20. Oh, wie viel Zeug das ist. Oh, wie viel Zeug das ist. Weg, 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 weg. Der sollte echt schnell bereiten. Der ist sauer, dass wir keinen radioaktiven Apfel dabei haben. Die Audio-Cure hat bei mir gerade richtig abgesperkt. Du hattest noch was, okay, das wusste ich nicht. Absolut krank. Absolut wild, oder? Diese Quote da oben, dass da steht, dass es absolut wild. Ja. Okay, ich brauche mir direkt die Pro-Flash-Light. Die haben fast 3000 Credits. Komm, es sind mal zwei Schaufeln für uns drin, okay? Aber da haben wir weniger Inventarplatz um Sachen rauszuholen. Das stimmt. Ja, wir müssen sie nicht mitnehmen. Aber Hauptsache, wir besitzen sie mal. Wir können jetzt verlängern, ja, wir können auf Titan fliegen und verlängern, glaube ich, Je nachdem, wie hoch die Quote ist. Wenn sie unter 2100 ist, können wir ja verlängern sogar. Ich würde dann sagen, wenn das geht, dass wir noch Titan fliegen und verlängern können, verlängere ich gleich direkt, ne? Da haben wir einen Tag mehr. Dann würden wir es vielleicht schaffen. Ey, das ist cool gemacht von meiner Mod, oder? Das muss schon zugeben, dass in den verlängern ist schon, das ist schon nice, oder? Ja, schlecht war ja. Habe ich schon, habe ich schon gut mit ausgedacht. War schon eine gute Idee. Weil nichts bricht dagegen, dass man einfach am Anfang einer Quote verlängert. Aufertime-Bonus, 32 Dollar. Die machen es aus. Oh mein Gott, 2400. Das werden wir niemals erreichen. Never ever. 2400. Wir können nicht mal die Quote verlängern, wenn wir auf Titan wollen. Geht gar nicht. Es fühlt zu teuer. 2401 kostet ja Spaß jetzt. Ja gut, dann war schön, nicht gekannt, Sir. Ja, ganz meinerseits. Also ich meine, wir können verlängern und dann auf Billigplaneten fliegen. Aber das ist ja auch blöd. Drei Tage, 2400. Wir müssen 800er jeden Tag rausholen. Never. Aber Titan ist gut. Titan ist kein Wetter. Da müssen 800er rausholen. Ja. Ich meine, die nächsten Runden, überleg mal. Wir kriegen jetzt gleich 1000 noch was XP. Für das Schiff auch, ne? Wir können dann die Quota-Discount runtersetzen, dass es billiger wird. Und wir können die Reisen zu Titan billiger machen. Ja. Das vergisst man so schnell bei diesem XP-System. Das Schiff levelt ja genauso weit, ne? Das heißt, das Schiff wird auch viel immer. Wir werden irgendwann Fotos haben von 3000, 4000. Und die machen können. Weil wir einfach auf 4, 5 Tage verlängern. Eine 4, 5, 5 geht ja nicht. Geht ja nur einmal Tag. Aber ich meine, wenn wir sehr schnell sind und sehr viel Stamina haben und sehr viel Leben haben und nicht mehr so einfach sterben. Ich meine, dann sind auch 4000er Quotas möglich. Na gut, let's go nach unten. Wir können verlängern theoretisch. Wenn wir jetzt Sachen mitnehmen und das verkaufen und dann verlängern. Das ginge. Aber... Ich hab gesagt, wenn wir jetzt Sachen nehmen und dann direkt zur Company fliegen und verkaufen, könnten wir verlängern um einen Tag. Aber ich glaube die Company kostet auch einen Tag. Das ist das Blöde. Das ergibt dann leider keinen Sinn. Oh mein Gott, direkt vor unserem Schiff. Ha! 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 Ja, ne? Ich nehme das Fire Exit wie immer. Ich hatte nur schlechte Wege. Überall nur Labyrinth. Oh! 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 Ich habe einmal prozentig an den Gegner gehört. Wenn es ein Schleim ist oder so. 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 Das kann nicht stimmen was da steht. Wenn es ein Schleim ist oder so. Wenn es ein Schleim ist oder so. Wenn es ein Schleim ist. 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 Kann ich nicht aufheben. Wenn es ein Schleim ist. 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 Titan ist Foggy. Foggy ist aber noch okay. Kann man machen. Bitte ein besserer Spawn. Das war gerade Feierex. Es war grauenvoll. Exit war voller Labyrinth. Und kaum Loot. Es war ganz grauenvoll. Knappt. 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 Oh mein Gott. Knappt. Das ist ein guter Raum. Das war es. Wo er den anderen Eingang genommen hat. Das war die Runde. Gravity. Oh das ist ein Jackpot Raum. Das hat sich an diesen Jump 1 Dingern. den muss ich bei dir machen. Den muss ich bei dir machen. Ich hoffe er denkt dran die Sachen jetzt runter zu bringen. Rät schon. Er weiß halt nicht dass ich tot bin. Der kann Türen öffnen. Und Flowerman ist auch unterwegs. Der kann Türen öffnen. Ah interessant. Gucken ob hier noch was war. Jetzt können wir uns auch wehren. Hier waren aber keine Räume mehr. Das heißt der Abschnitt ist fertig. Weiter zu machen. Sind wir durch den Serverraum gegangen. Alter hast du mich erschrocken. Boah. Boah. Aber er läuft wirklich weg. wenn man ihn kurz angeguckt hat. Ja. Er wird jetzt nicht zum Flowerman töten oder? So rein. Das muss auch nicht mehr rausfallen. Na ja. Ob das vier dann? In dem hinten wo ein Dude drauf steht. Wenn der nicht kommt dann kommt er nicht. Spätestens jetzt wird er sich wundern. Warum hat Potato noch nichts runter gebracht? Das sind glaube ich bis jetzt nur meine Sachen oder? Lebt denn die Kartoffel noch? Ne die lebt nicht mehr. Die ist leider tot. Oh Gott. War das mein erster Tod in der gesamten Runde? Ich glaube schon oder? Lustig. Ich meine ich bin jedenfalls vom Monster gestorben. Ich bin halt von Schwerkraft gestorben. War ein bisschen unglücklich. Muss ich zugeben. Wollt ihr die Sache nicht mitnehmen? Wollt ihr die Sache nicht mitnehmen? Ja. Ja. Jetzt hat das gemerkt. Potato ist tot. Ich glaube ich habe an einer definitiv nicht genug gefunden. Warum du musst leben? Nein. 1072. Da ist alles da. Crawler. Mouthdog. Boardingbugs. Centipede. Flowerman. Spring. Jester ist auch unterwegs. Oh nein. Geh. Oh nein. Okay. Ich glaube ich wurde gerade gehornt im letzten Moment noch. Aber Potato will eh dass wir fliegen. Ich versuche gerade zu sehen ob ich darf. Vielleicht ist welcher hier aber ne. Mr. Newton hat mich geholt. Mr. Newton? Mhm. Schwerkraft. Mhm. Ich gehe nicht mehr in Phyrex. Ich komme jetzt mit dir ins Normale. Ganz ehrlich. Phyrex sind immer ganz viele Jump'n'Runs. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und mit schweren Items dann Jump'n'Runs zu machen ist halt auch nicht ganz einfach. Ja. Man muss halt immer perfekt springen. Darüber gibt es das Perk-System. Ja. Ich glaube wir brauchen einfach mehr Level. Das ist der Punkt. Titan ist wieder foggy. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ja. Ich glaube wir werden die Cota nicht einhalten können. Das wird eher nix. Wir müssen jetzt 1400 da rausholen. Das wird nix. Selbst wenn wir alles rausholen aus dem Ding wird das nix. Deswegen werden wir alles holen. Ja. Es steht 3600. Ja. Ja. Bei mir stand 4200. Ja. Okay. Ich hab deine Taschenlampe geklaut. Heute ist ne neue hier. Wir müssen jetzt eigentlich alles rausholen was da drin ist. Wenn wir noch ne Chance wollen. Ja. Ja. Wenn wir noch ne Chance wollen. Ja. 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 Wenn wir leveln musst du auch bedenken. Wenn ich dann 6 Invertar Slots habe. Dann geht da auch mehr. Ja. Aber es ist auch schwerer. Ja gut. Schwere Items ist halt das Problem. Und das will ich auch nicht ändern eigentlich. Weil ich finde das eigentlich ganz cool. Ich kann natürlich überlegen, dass man irgendwann sagt, dass man zwei schwere Items tragen kann. Aber nein. Links Sackgasse. Nichts. Hier oben Sackgasse. Geradeaus Mitte Sackgasse. Also geradeaus. Nein. Mitte. Mitte nach oben nicht gehen. Da ist Sackgasse. Es war ein Vent. Oh, hi hallo. Hier liegen noch ganz viele Sachen. Ja, jetzt bin ich voll. Weißt du, wo es zum Exit geht? Äh, ne. Aber was ist das, wenn du von hier herkommst? Fängt gut an. Und sowas kann ich mal hier auf der anderen Seite. Ja. Ich bin, glaube ich, auch hier durchgegen gerannt. Gehst du noch? Oh, ne. Okay. Da ist der Ausgang. Ab den Ausgang, hier Ausgang, Ausgang, Ausgang. Okay. Tato, du bist schon tot, weil ich hab gefragt, lebst du noch und kam keine Antwort. Also, da war ich zu weit weg. Okay. Wir haben noch lange nicht genug, wir müssen da echt nochmal rein. Mal auf Fire Exit gehen. Mal auf Fire Exit. Mal auf Fire Exit. Okay. Okay. Vielleicht liegt da direkt was rum. Kann ja sein. Und ein Hoarding Bug. Der braucht vier Schläge oder drei Schläge. Hier ist aber ganz viel. Und ein Schleim ist hier. Äh, hier liegt der. Hier liegt noch was. Oh, ich bin... Ist er tot? Ein Riese, natürlich. Lebst du noch? Ja, bei dir das Mädchen, ich werde nicht mehr lange leben, glaube ich. Ja, und hier ist Coil Head. Kommt zum Ausgang. Guck ihn an und ich geh schon mal raus und dann musst du genauso machen wie ich. Okay. Ein Riese. Super. Wir sind am Arsch. Was? Ja. транzier Device. 先 schauen mal eine Pause. Wir gucken dich mal raus aus. Fahr Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe den Knopf gedrückt, aber er wollte nicht. Hätte vielleicht noch reichen können wir die ganze Zeit, was da draußen macht. Ich weiß nicht. Wir haben echt viel zu viel gebrötet. Oh, mein Herz, ey. Okay. Ich weiß nicht. Aber noch ein bisschen Loot. Ja, die Loot-Kiefer. Ja. 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 Der Schrank ist auch leer. Ich sterbe in meinem Pajama. Ich habe das Wichtigste überhaupt gekauft gerade. Ist mir sowas von egal, wie das gleich klingt, das ist mir so scheißegal. Wir kriegen eine tolle Bestellung jetzt. Ich mach's. Ich mach's mir hier gemütlich mit dir. Ja. Du wirst gleich wissen, was ich bestellt habe. Du wirst gleich wissen, was ich bestellt habe. Wir gehen in einer großartigen Kakophonie unter. Das wird eine großartige Kakophonie. Eine Kakophonie, die seinesgleichen suchen wird. Das hört nichts mehr. Ist alles voll so verzieht. Nur einmal alle aufwecken, wie ich schlafen habe. Die Musik war im Plattenspieler dabei. Nein! Ja, zie! Ich hör dich nicht! Ich hab Kopfhörer an! Willkommen zu unserer Discipline. Was ist denn, Abatär? Waaah! Ah! 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 36 Tage haben wir überlebt. 1.743 XP. Duuuuude! Willkommen zu deinem ersten Tag auf der Straße. Das ist dein eigenes Autopilot-System, wo du essen möchtest, und siehst du, 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 und siehst du des Schiffes und ihr Schiffes auf das Schiff' Achtsbarn. Hm! Hm! Ich denke ich bin so zufrieden wie es jetzt ist! Und dann das Schiff noch! Ich will gerade Quota Discount wollen wir auf jeden Fall leveln! Scanner Distanz können wir auch mal ein Paar machen, Leveln, Travel Discount, schnellere Lieferung, kannst dich leveln, Perks, oh mein Gott, diese Wehe. Ja gut, war eine lange Runde, ne? Ich meine, wir hören jetzt eh auf danach, aber Leveln kann man ja noch eben, für morgen dann. Equal der Wahl, wa? Okay, ich hab jetzt die Taschen. Wie viele Taschen hast du jetzt? Sechs Slots. Entschuldigung, ob ich das nicht auch mache. Ich werde wahrscheinlich so langsam durch den Gegenrennen, wenn ich sechs Items in der Hand habe. Stimmt, ich könnte aber Weight Reducer halt leichterlich nutzen. Ja gut, aber ist nicht viel. Kann man halt einmal leveln oder zweimal, ja. Ja, 20% weniger Gewichtseinfluss. Jetzt habe ich auch sechs Slots und zweimal auf Weight Reducer. Alter Schede, sechs Slots, Alter. Siehst du, vorher hattest du Sprint und dies und das und konntest super viele Sachen leveln, jetzt hast du sechs Dinger genommen, jetzt konntest du fast nichts anderes mehr leveln dann. Das ist schon fair. Also, ich meine, nochmal so eine Runde und dann kriegst du, ne, nochmal so eine Runde reicht gar nicht für die nächste Tasche, Moment. Ne, du müsstest über eine 2.000er Quote kommen für die letzte Tasche. Jetzt, sieh sie, wir gehen einmal rein und kommen auf 2.000er raus. Ja, mal gucken, ob das mit den Taschen wirklich so viel besser ist, weil du musst bedenken, schwere Items, ne? Das saue ich mir, dass ich mich gedacht mit den Taschen. Also, du kannst ja nicht sechs schwere Items rauskriegen. Ja, wahrscheinlich ist es gar nicht so mega praktisch, aber man könnte halt schaufeln. Ja, die Schaufel ist jetzt nicht mehr so schlimm, wenn man sie mitnippt, ne. Hast du ja immer noch die vier normalen Slots, da hättest du nichts anderes dabei, beim Vanilla-Spiel. Und guck mal, wie viele Pyjamas wir haben, wie viele Suits wir haben. Das ist doch schön. Und die bleiben jetzt auch erhalten. In dem Save-Game hier. Ich glaube, wir spielen auch morgen mit dem Save-Game hier weiter, dann haben die wenigst schon mal ein bisschen das Shift gelevelt. Ich meine, beim Shift bin ich halt sehr konservativ vorgegangen, ich hab quasi alles gleichmäßig gelevelt. Bis auf Lootsaver, aber im Travel-Discount, weil die halt sehr, sehr teuer werden. Booter-Discount wird auch sehr, sehr teuer. Aber ich meine, wenn wir jetzt nach Titan gehen wollten, bezahlen wir halt nur 560, ne. Statt 700. Yay. Also, lohnt sich. Wobei ich noch überlege, den Travel-Discount mal ein bisschen zu reduzieren auf 5% pro Level oder so. Dafür würd ich's dann auch wieder ein bisschen billiger machen. Weil ich glaub, was warte ich jetzt, 240 war das auf Max-Level, ne, für Titan. Ich weiß nicht, ob 240 ein bisschen wenig wäre, um nach Titan zu fliegen. Ob das am Ende nicht lieber so bei 50% sein sollte. Dass man sagt, statt 750, wenn du Max gelevelt hast. Keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Das sind so Sachen, die ich überlegen muss. Und ich muss natürlich noch Bugs fixen. Ending Speed. Ich werd jetzt eh DaVinci Resolve machen. Ich werd noch, äh, ich muss ja nicht viel schneiden bei dem Video hier. Ich schneid ja nur den Anfang raus mit dem Problem und so. Und dann, äh, muss ich das alles noch raus rendern, hochladen. Und dann werd ich nebenher, während das rendert und so. Weil ich muss den Upload heute noch starten, weil es wird bestimmt wieder ein 20, 30 Gigabyte Part. Ähm, werd ich dann, während das rendert, äh, noch ein bisschen in der Mod arbeiten. Noch ein bisschen drin feilen. Und schauen. Vielleicht fällt einem spontan noch was ein, was man reinbauen kann. Als Perk. Ich hatte ja auch überlegt noch ein weiteres Menü hinzuzufügen für Einzelperks. Sachen lieber nur einmal freischalten. Also für eine Sache. Aber dann dachte ich mir, das macht man vielleicht lieber als Store-Item dann zusätzlich. Dass man das vor Runde immer freischalten muss. Sowas wie Night Vision zum Beispiel. Das würd man vielleicht sogar lieber als Item machen. Als, als statt als Perk. Night Vision sollte, glaub ich, eher ein, ein Item sein. Naja. So, dann verabschiede ich mich. Auch von YouTube, meine lieben Freunde. Wenn ihr noch mehr, äh, Leafle Company sehen wollt, äh, dann denkt dran. Twitch.tv slash potato-Pad. Könnt ihr mal live dabei sein. Wir, da haben Schatten tanzt. Könnt ihr mal live dabei sein. Und, äh, auf YouTube gibt's natürlich auch noch Videos. Und lasst mich gerne wissen mit Daumen nach oben. Oder eben durch ein Abonnement oder Kommentare, ob ihr das hier feiert oder nicht. Und die Mod gibt's dann vermutlich irgendwann innerhalb der nächsten Wochen für alle zur Verfügung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part von Leafle Company oder im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.